Da war einmal eine eine Folge hatte ich mal wo dann einfach die Dinge jetzt die das auf mute war. Boah Klassiker. Boah. 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 Das tut dann so richtig weh. Oh nein. Aber jetzt klappt alles. Ich höre dich auf jeden Fall. Du musst immer mindestens eine Sekunde um was sprechen muss. So. Wo waren wir gerade gewesen? Geht's direkt los? Ja. Ich habe da wirklich überhaupt kein System, das ich da abarbeite. Ist ja auch eine gewisse Gesprächskultur, die man so ein bisschen wiedergeben möchte. Wir waren gerade bei den New Coaches. Also Coaching ist wirklich ein krasser Markt. Ich habe mich zum ersten Mal mit dem Markt an sich beschäftigt. Und dann ging das so los hier als Coach macht man die und die Tätigkeiten und kriegt dafür das und das Geld. Und das war mir zum Beispiel überhaupt nicht klar. Ich wusste überhaupt nicht, dass das so lukrativ ist. Jetzt macht das Sinn, dass das auch jeder machen will, logischerweise. Dann ist ja auch Fairplay und Boah Chance. Aber es ist ja heftig, was da drin ist, weil das irgendwie gefragt ist. Ich persönlich sehe das ein bisschen, also ich finde zwei Seiten sind drin. Ich finde das eine interessant, dass da so viel Nachfrage drin ist. Test, 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 Test. Test, Test, Test. Was geht ab? 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 Hier reagiert jetzt nicht, ist egal. Also hier ist jetzt keine Kausalität. Muss auch nicht, ne? Also musst du nicht, okay. Geil. Meinst du, du könntest nur das dazu machen, das wäre so lieb, weil eben haben Leute so interessant reingeguckt und dann, boah, du bist der Beste, dass ich mich ablenken lasse. Das ist ein geiles Thema, wo es jetzt losgeht. Das ist ein sehr geiles Thema. Ja, erzähl. Yes. Einfach weiter. Also ich sehe es ein bisschen, auf der einen Seite ja, weil ich mache das ja ein bisschen, das heißt länger, ich habe ein bisschen schon länger diese, also ich habe nicht Coaching gefunden, Coaching hat mich gefunden und Coaching ist halt sehr, sehr oft für Leute so, meiner Meinung nach, jetzt die negative Seite davon kurz gesehen. Die positiven kennt man ja, klar Vorteile. Also alles, was kein Psychologe oder Therapeut ist, ist quasi ein Coach mäßig. So was normalerweise für die Leute wie so ein Flaschenhals ist, dass die, wenn sie Probleme haben, zum Psychiater oder Psychologen gehen, ist halt oft so, dass jemand, der das Gefühl hat, der kann Menschen helfen oder leiten oder führen, der aber nicht 13, 40 Jahre studieren will oder davon nichts hält, kann sich einfach Coach nennen. Und das hat für mich, finde ich, das Problem, dass es dann halt sehr schnell so eine, so eine, so einen Machtunterschied geben kann. Es wird sehr schön hierarchisch, das Ganze. Genau, und sehr viele Leute halt aus ihrer Angst heraus Hilfe zu wollen, so einen Anführer suchen, diesen leicht kultigen Charakter, dass sie dann jemanden suchen, der ihnen hilft und da die Leute mit der Machtposition spielen, mit Knappheit arbeiten, psychologischen Gesetzen arbeiten, direkt den Preis sehr hoch setzen und dann die Leute mit dem Kernproblem, was sie haben, was sie eigentlich heilen sollten, damit dazu bringen, dass die Geld verdienen. Wenn du verstehst ungefähr, was ich meine. Das verstehst du meinst, ja. Und das gibt mir persönlich ein bisschen so eine, warum ich auch nicht ganz plakativ in den Coaching-Markt reingehe, obwohl ich Coach bin, also irgendeine Worte hat man ja dafür, aber ich fand das, wir beide kommen ja aus dem Kampfsport und da ist es halt so, du lehrst demjenigen auch etwas für die Praxis, du gibst ihm nicht nur das Gefühl. Bei Coaching kannst du einem auch nur das Gefühl geben. Also wir kennen bestimmt 150 Leute oder Tausende, die ein Coaching hatten, aber nicht Tausende wurden krasser, aber Tausende haben sehr viel Geld bei einem Coach dafür bezahlt. Und der Coach kriegt dafür immer mehr Geld und Energie baut sich auf und Leute folgen diesem Coach, Leute wollen den dafür bezahlen, dass man Coach wird, aber ich finde die besten Coaches immer noch, oder Coach oder Lehrer oder Meister sind immer noch die, die Leuten wirklich für die Praxis was beibringen. Dass man wirklich sagt, ey, der ist mein Meister, ich habe das und das daraus gelernt. Ob es jetzt Handwerk ist, Kampfsport ist, Spiritualität ist, jegliche Art von Arbeit ist. Und da finde ich halt das Interessante, dass wir als Kämpfer irgendwie über Coaching unsere Arbeit machen wollen, aber ich ungern verwässert werden möchte mit anderen Coaches, die wirklich nicht, weil du wirst es vielleicht selber auch gemerkt haben, der Markt ist wirklich voller Leute, die wirklich leere Sachen verkaufen wollen, aber wirklich kein Ergebnis bringen. Die Leute, die kein Ergebnis bringen, aber weiter dafür bezahlen, dass sie kein Ergebnis bringen, weil die das Gefühl kriegen, ich arbeite jetzt an meinem Leben. Und das dürften Psychologen gar nicht machen, weil da gibt es ja ganz andere Regelwerke und so weiter. Dafür sind Psychologen nicht immer gut genug, um das halt zu handeln. Deswegen bin ich persönlich sehr vorsichtig, wenn ich sage, ich sehe mich als Coach oder will den Coaching-Markt haben. Klar ist Coaching das, was ich mit abgreife, aber ich will da eine gewisse Etikett wahren und ich glaube, das haben wir von Haus aus drin, weil wenn jemand zu uns ins Gym kommt oder wo auch immer und wir den unterrichten und danach vier Wochen nichts kann, also keinen Fortschritt hat, sind wir schon unzufrieden mit uns und haben irgendwas falsch gemacht. Und dieses Regelwerk ist beim Coaching gar nicht drin, wenn du weißt, was ich meine. Ich verstehe absolut, was du meinst. Das ist sehr, sehr gefährlich und sehr, sehr erhalten, das Ganze. Also ich muss auch immer wieder lachen, wenn ich zum Beispiel viel mitbekomme, wo ich meine ersten Erfahrungen mit Coaches auch gemacht habe, wo ich auch lange gesagt habe, okay, gut, das entspricht zwar in einer gewissen Art und Weise dem, was ich machen wollen würde, aber Coach wird das auf gar keinen Fall sein, weil was ich viel mitbekommen muss, sind Business Coaches und ich dachte auch lange Zeit, das wäre Coaching, die von Unternehmen angeheuert wurden. Das heißt, diese Coaches wurden nicht von den Mitarbeitern angeheuert oder engagiert, sondern die wurden von den Chefs engagiert, dafür, dass die den Mitarbeitern innerhalb dieser leidbringenden Systeme der Firma, die werden ausgebeutet, die werden über ihre Strapazitätsfähigkeiten da ausgeschlachtet und ihre Arbeitsfähigkeit wird da... Und der Coach kommt von außen? Genau, und der Coach kommt aber nicht, weil der Mitarbeiter sagt, mir geht es nicht mehr gut, ich kann nicht mehr, sondern weil der Chef sagt, ich glaube, der Typ kippt bald. Verstanden, richtig. Ich will den aber wie so einer Blutbank, ich will den aber am Leben erhalten, so wie so eine künstliche Beatmung. Das heißt, es ist überhaupt kein therapeutischer Effekt, sondern im Prinzip wirst du einfach nur am Leben gehalten, dass du das, was dich fällig macht, irgendwie ertragen kannst. Dass du dir irgendeine Geschichte, der gibt dir nur Worte, leere Worte, die du dir erzählen kannst, während du dich eigentlich körperlich verausgabst und körperlich stirbst, kriegst du aber von dem Coach im Prinzip eine schöne Geschichte, die du dir erzählen kannst und dann so nach und nach ins Koma fällst und nach und nach, ja, ich arbeite an meinem Traum, ich muss jetzt hier nochmal kurz durchziehen, alles ist gut, meine Emotionen kommen bald, also diese ganzen leeren Hüllen, die müssen ja auch leer sein, weil wenn die Worte, die die Leute, die Coaches dir mitgeben, wenn die Substanz haben, das heißt, wenn die eine Verbindung zur realen Welt haben, dann haben die logischerweise auch eine Verbindung zur realen Welt, das heißt, du merkst das und denkst dir irgendwann so, warte mal kurz, fuck you. Was mache ich hier eigentlich? Hundertprozentig. Und dementsprechend sind ganz, ganz viele Coaches und diese ganzen leeren Sachen, die die erzählen, natürlich eine ganz notwendige Konsequenz davon, dass die Leute bereits in leidbringenden Strukturen sind und da auch gehalten werden sollen. Oder auch gehalten werden wollen. Viele nehmen sich ja auch dann Leute, die nennen das zwar Coach und Balance und hastig, aber du willst nur das Balancen irgendwie erhalten können, was dich eigentlich ohnehin krank macht. Das ist kein transformativer Prozess, der dir in Anführungsstrichen gewünscht wird, sondern es ist eher irgendwie besseres Heroin, besseres Ding und so. Wie kann ich das irgendwie schaffen, dass die Leute nicht sehen, dass es mir scheiße geht? Wie kann ich es schaffen, dass ich das nicht sehe, dass es mir scheiße geht? So habe ich Coaching kennengelernt als allererstes. Und bin jetzt aber dann immer wieder an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich würde gerne trotzdem mit den Sachen, die wir hier machen, auch da kannst du das Wort Coaching helfen, irgendwas weitergeben, irgendwas komponizieren. Kommune Symbolik eigentlich, die wir nutzen, um das Wort zu erklären. Und dann habe ich mich immer, ich würde das gerne vergrößern und ich würde das gerne von diesem Lokalen zum Beispiel lösen, dass es auch für mehr Leute zugänglich ist, dass auch mehr Leute verstehen, dass es nicht nur um die Praxis geht, sondern auch um das, was das im Kopf macht. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wie kann ich das machen, weil es lange, lange Zeit in der Richtung unterwegs therapeutisch arbeiten zu wollen oder eine Therapiepraxis machen zu wollen. Aber ich bin jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ey, es ist nun mal die Sprache, die gerade gesprochen wird. Coaching ist die Sprache. So, ob du das jetzt quasi mit Sachen füllst, die dann wiederum realen Bezug haben, was ich definitiv behaupten würde, oder ob du das einfach nur rausschiebst, hängt von dir selber als Coach ab. Aber im Prinzip macht es auch keinen Sinn zu sagen, ich bin kein Coach, ich mache kein Coaching. Nee, richtig, ja. Und im Endeffekt, dann sprichst du auch gar keinen. Genau, richtig, richtig. Dann herzlich willkommen. Wir sind unser eigener Meister alleine. Ja, genau. 100 Prozent. Meister alleine, genau. Dann hast du es selbst verstanden und hilfst auch keinen damit. Ich glaube, wir können, ich persönlich bin sehr dankbar, dass jetzt die Kampfsport-Szenen oder adäquate Kämpfer, anführende Kämpfer, ob Blackbelts, ob Profis, ob Menschen, die das jetzt zehn Jahre lang machen, damit auch wirklich ihre Deuce gepayt haben, sich selbst gegenüber. Was meiner Meinung nach der krasseste Ego-Tod eigentlich Beweis ist. Du kannst, klar, du kannst deine Psychedelics nehmen, du kannst auch sagen, ich habe einen Ego-Tod erlebt und aus dem Ego heraus sagen, du hast Ego-Tod erlebt, aber wer beispielsweise eine lange praxisorientierte Kampfsport-Laufbahn hat, hat garantiert Ego-Tote Millionen Mal erlebt. Ob es jetzt ist, weiter durchziehen, ob es jetzt ist, da kommt ein anderer rein, der wird besser als du, du gibst trotzdem nicht auf, der hört irgendwann mit dem Sport auf, du bleibst drin oder du fängst an, lernst die hübsche Frau kennen, hörst auf mit dem Sport, die verlässt dich, machst doch weiter, wo andere aufgehört haben. Also es sind so viele Selbstkonfrontationen oder Spiegel für dich selbst und wenn du dann das gemeistert hast und die Muster erkannt hast und dann rausgehst in den Coaching-Markt, was ja nicht viele tun, also ich finde, es gibt nicht, Gott sei Dank, also nicht negativ gemeint, aber es gibt nicht viele, die da das Wasser vermischen oder das verwässern können, die da reingehen und ich glaube, das war das, was ich eben kurz angeschnitten hatte, dass jetzt der Zeitpunkt ist, dass das Level der Coaches angehoben wird durch uns, dass quasi, vielleicht im Etikett das richtige Wort ist, aber die Messlatte höher gesetzt wird, weil meiner Meinung nach Wissen muss funktionieren für die Praxis, es muss anwendbar sein, das ist für uns normal, also für uns ist es wirklich so, wenn wir jetzt ein Buch nehmen, wir lesen das und wollen es integrieren, wir wollen nicht dann posten und sagen, ich habe ein Buch gelesen, damit unser spirituelles Ego sagt, wir haben ein Buch gelesen, klar haben wir das vielleicht auch ein bisschen, aber wir wollen es wirklich umsetzen, weil wenn wir jetzt zum Training gehen würden und sagen, wir waren beim Training, aber nicht besser werden, lacht unser Team uns aus oder kriegen wir das gespiegelt. Oder du kriegst aber in die Schnauze. Genau, aber du hast einen reellen Gegenwert, im Coaching hast du das theoretisch nicht, die anderen Coaches haben das nicht, plus viele haben ja eine Light, also in Relation zu uns, finde ich jetzt, eine Light-Version davon, nicht gewählt, also wie gesagt, in Relation aus Kampfsport betrachtet jetzt, nicht, dass es weniger wert ist. Viele aus der Bodybuilding-Szene gingen ja auch ins Coaching rein, nur Bodybuilding ist halt meiner Meinung nach ein bisschen verzerrter, weil du kannst genetische Vorteile haben. Du kannst, sagen wir mal, du kannst halt meiner Meinung nach begegnen beim Kampfsport mehr Egototen als beim Bodybuilding. Du hast drei Dimensionen, das ist ja schwierig, für Kampfsport eine ganz andere Selbstkonfrontation. Es gibt ja auch einen Grund, warum die ganzen Samurai und die ganzen Shaolin und die ganzen philosophischen, tiefgründigen Themen oft mit Kampfsport verknüpft werden, alles Energien zu tun und so weiter. Und wir sind ja sowas wie die modernen Samurai, MMA ist ja die moderne Samurai-Art, würde ich jetzt sagen, weil, ob es ja seit 1990 ist, seitdem das durch UFC mit Gracies viral gegangen ist, aber MMA hat ja eine ganz andere, hat diese Van Damme-Jet Lee-Ära ein bisschen neu gesetzt, finde ich. Und diese Leute, die in die Kampfsportwelt reingingen, ihre Körper zur Waffe gemacht haben, damit ihre Ego tot gegangen sind, sind jetzt langsam 30 und so weiter und so fort und fangen an, in den Coaching-Markt reinzugehen, den sie selber wahrscheinlich genommen haben und dadurch setzen sie automatisch die Messlatte höher, weil jetzt der Zugzwang natürlich da ist, auch wie unsere Follower auch besser zu werden. Weil viele Leute, ich merke das ja selber, wie gesagt, seit Jahren schon, die kommen wirklich, alle, die zu mir kommen, egal welches Produkt jetzt, fast alle haben den Touch von, ey, dort und dort habe ich so viel Geld bezahlt oder irgendwie gar nichts gelernt, aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit Angst, wenn ich nicht bezahle, werde ich nicht besser. Das heißt, diese Grundschwingung der Angst, die die Menschen haben, warum die uns hier aufsuchen, wird von vielen Coaches einfach weitergehalten und dann mit Knappheit gearbeitet, mit Angst gearbeitet, mit diesen typischen Follower-Prinzipien. Aber du kannst den Coach halt nicht hinterfragen, weil du kämpfst ja nicht gegen den theoretisch. Beim Kampfsport kommst du da rein, der ist der Coach, okay, der klatscht dich weg oder deine Schüler klatschen dich weg, so, und das gibt es halt im Coaching nicht, wegklatschen. Die setzen irgendjemanden dahin und sagen, zum Beispiel Network-Marketing, weiß nicht, dass das binär schlecht ist, aber der hat jetzt den Millionsten und so und so willst den Umsatz gemacht, das ist unser Verkäufer des Jahres und alle applaudieren dann und alle wollen dann sein wie der, aber er macht sein Einkommen passiv, der Anführer, weil der Typ jetzt für ihn arbeiten geht, den er so hochgehimmelt hat und die ganze Zeit wird diese Leere quasi weitergegeben. Ja, das ist tatsächlich der Witz dabei, diese Strukturen sind einfach selbst erhalten, das ist super witzig, inwiefern da kein Rauskommen ist, wenn du das niemals irgendwo anfasst, wenn du das immer nur innerhalb des System versuchst zu verstehen, da gibt es keine Transformationsmöglichkeiten innerhalb des Systems. Du kannst vielleicht in dem System zum Beispiel aufsteigen, aber du bist immer noch der König von einem scheiß System. Hat dich Glückwunsch. Genau, der Befreiungsaspekt, die Selbstermächtigung ist nicht drin. Genau, du hast überhaupt keine Selbstwirksamkeit, wenn du das immer da gemacht hast. Und deswegen zum Beispiel habe ich mich auch stark dagegen entschieden, ein B2B-Produkt zu machen, obwohl das deutlich lukrativer ist, aber die Perspektive, die du auf dein eigenes Business auch haben solltest, sollte eine sein, die irgendwie aus einer eigenen Position entspringt. Das heißt, die erstmal zu wahrzunehmen, die erstmal zu spüren, auch das wirklich einfach körperlich zu vernetzen. Weißt du, ey, wenn ich daran denke, wie fühlt sich mein Körper an? Das ist so eine Frage zum Beispiel, die können ganz viele Leute gar nicht beantworten. Da haben wir jetzt viel in der Hypnose auch gemacht und da ist das zum Beispiel eine ganz, ganz klassische Tronks-Induktion, dass du über die Emotionen gehst. Also du machst das nicht, wie man das in den Voodoo-Zäubern kennt, so mit irgendwelchen Ruckus-Buckus-Trick, sondern du guckst einfach, dass die Aufmerksamkeit sich weniger um das, was um dich herum passiert, sondern immer mehr... Zentriert wird in den Körper? Auf dich selber, genau. Also du gehst auf deine eigenen Emotionen, also die Bewegungen, die in deinem Körper stattfinden. Und fühlst dich selbst das erste Mal quasi für viele Menschen. Und du stärkst, du nimmst die Verbindung, wie du sonst hast, so 30% Körper, 70% Umwelt. Hier ist du so auf 80, 90% deinem eigenen Körper und ziehst das immer weiter dahin. Sprich, du brauchst irgendwie einen Zugang zu deinen Emotionen, du musst irgendwie deine Emotionen als solche spüren können. Und dann ist es immer wieder so, dass du dich fragst, okay, wenn du jetzt daran denkst, wie die Situation zum Beispiel, wie fühlt sich denn dann dein Körper an? Gut, was meinst du? Ja, also das Wort ist doch bestimmt kein schönes Gefühl. Ja, nee, das ist Angst. Nee, da habe ich Angst vor. Ich so, boah, woher weißt du, dass du Angst hast? Ja, ich habe Angst. Ich so, ja, wo merkst du das denn? Ja, verstehe ich nicht. Denkst du aufmerksamkeit an deinem, wo es sein soll? Genau, du bist ja immer schon, also die Interpretation dieser Emotionen ist ja dann Angst. Du hast ja irgendwie gesagt, dein Herz rast so. Oder deine Brust verengt sich so. Dann denkt dein Kopf als Interpretation von dieser Emotion, okay, das ist das Gefühl Angst. Und an dem Punkt sind viele Menschen, genau da sind die meisten auch am Start und die meisten wissen, okay, ich habe Angst. Aber keiner weiß, wie sich ihre Angst anfühlt. Keiner versteht das als eine Reaktion auf eine körperliche Emotion, sondern das ist schon eine Kopfinterpretation, die wiederum neue Kopflösungen erfordert. Man könnte natürlich auch viel, viel einfacher sagen, hey, hör mal, vielleicht ordnest du diesem Gefühl mal ein anderes Gefühl zu. Dann musst du nicht immer denken, dass du Angst hast. Sondern kannst einfach denken, okay, mein Herz klopft gerade. Vielleicht beruhige ich mich mal. 100%. Und da, worauf ich hinaus wollte, ist, dass man, wenn man diese Emotionen zum Beispiel mal mit in den Kontext, in den Entscheidungskontext, so wie man geschäftliche Entscheidungen fühlt, wie man Lebensentscheidungen fühlt, wie man diese Emotionen mal mit reinnimmt, hast du natürlich einen viel, viel klareren Bezug. Diese Entscheidungen werden viel, viel einfacher, wenn du das daran orientierst und nicht daran, welche Lösungswege dann wieder die neue Probleme erzeugt haben, neu gelöst werden müssen. Das ist ja ein unglaublicher Irrgarten, den man da betritt mit diesen ganzen Gedankenkarussellen und pipapo, während der Körper eine relativ klare Sprache spricht. Wo man es überhaupt wahrnimmt oder damit arbeiten kann überhaupt. Aber diese Verbindung dementsprechend, da die ihr ganzes Leben lang in so Strukturen leben, die es gar nicht wirklich gibt, haben die diese Verbindung zu dem, was es wirklich gibt, den Körper extrem verloren. Also ganz viele Leute haben überhaupt kein Gespül mehr für ihre eigenen Körper. Es sei denn, dem geht es nicht gut. Also es sei denn, der ist krank. Oder sie ist ein Sportler. Oder du hast dich mit deinem Körper viel beschäftigt. Panik kennen, Turnierangst in einer Form. Kannst du auch Schwimmer sein in deinem Körper. Ja, klar, muss ja, muss ja. Also alles, was dich da viel, deswegen ist ja auch so Kampfkunst, Kampfsport, auch was dahingeht, sehr, sehr effektiv, weil du jeden Zentimeter sehr stark kontrollierst. Das ist auch eine Konzentration, gebündelte Energie. Ja, eine sehr körperliche Geschichte. Ich hoffe, ich habe mich unterbrochen. Was mir nämlich noch einfällt zu der Thematik eben mit diesen Firmenkonstrukten beispielsweise, wo Menschen kommen und Vorträge halten sollen. Es wurde ja sehr oft für sowas gebucht oder immer noch. Und habe halt wirklich auch die ersten Male, vor allem vor ein paar Jahren. Jetzt langsam haben wir eben darüber gesprochen, zum Glück ändert sich ein bisschen was. Ich war da ein bisschen zu früh dran, zum Glück. Aber ich habe auch wortwörtlich manchen Leuten auch gesagt, klar, früher war ich noch mehr im Ego und noch ein bisschen wilder unterwegs, weil ich habe mit 26 schon Filmvorträge gehalten. Da war ich noch ein bisschen wild und wilder. Aber trotzdem ging ich manchmal dahin und habe den Leuten gesagt, ey, das ergibt keinen Sinn, weil ich will helfen. Wenn ihr mich jetzt da hinholt und, also entweder helfe ich dir als Chef jetzt und sage denen da was. Ich kann nicht zaubern, ich kann jetzt nicht dahin gehen die Leute verarschen. Ich kann jetzt nicht irgendwie jetzt da, die sagen dann zum Beispiel, ey, guck mal, die Umsätze sind runtergegangen, die sollen Gas geben, Leute sollen das machen, sollen jenes machen. Und ich so, ey, die mögen ihren Job nicht. Du kannst mich da nicht hinschicken, als so ein Freigeist, der so sein Ding macht, der da hingeht, Haare offen hat, sein Leister lebt 26, ist ein Filmvortrag, hält und da sind Leute in meinem ähnlichen Alter und die sind dann gucken mich an und ich soll denen sagen, die sollen in diesem Hamsterrad. Das kannst du nicht erwarten. So, und da war genau das Problem, bis ich dann gecheckt habe, A, deswegen missfällt mir dies. Ich bin immer noch drin und auch gerne, aber es war ein Spiegel, des kollektiven Bewusstseins, der ganzen Corporate, sage ich jetzt mal auch. Jetzt sind die Leute auch ganz anders drauf, ob es jetzt Remote-Arbeitsplätze sind, ob es Gesundheit ist, Yoga am Arbeitsplatz, dass da ein Obstkorb überhaupt bei manchen Filmen steht. Also die Leute sind da ein bisschen sehr hinterher gewesen, sich auch nachhaltig, um die Leute zu kümmern oder ganzheitlich. Jedenfalls ist das wirklich in dieser Speaker-Branche, was mir halt ehrlich gesagt missfallen hat, auch ein bisschen so ein meiner Meinung nach gefaktes, oder nicht binär bei allem, aber gefaktes Markending auch irgendwann, dass man einen Speaker so aufbaut, der ist jetzt sehr teuer und dann haben die ganzen Entscheider bei Firmen, so schwanzvergleichmäßig, ich habe den teuersten Speaker geholt, dabei ist es nur, okay, der ist am krassesten gelistet, der nimmt jetzt seinen Zehner pro Auftrag, den haben wir reingeholt, dann haben die bei ihren Corporate-Events dann sagen die den Leuten per Newsletter oder keine Ahnung was, wir haben jetzt den krassesten Speaker für euch geholt, damit will er sagen, er ist ein krasser Chef, damit denken die Mitarbeiter, wir haben einen krassen Chef, der tauscht das Geld ein, was vielleicht nicht mal seins ist, sondern lediglich das Geld ist, was er benutzt, holt dann den Speaker ran und er denkt, sein Job ist jetzt erledigt und der Speaker kommt und wirft Worthülsen raus, die wahrscheinlich dasselbe sind wie ein YouTube-Vortrag und kriegt seine Kohle dafür und die Mitarbeiter sagen, ja toll, das war wirklich voller Energie, aber darum geht es ja nicht, es geht ja nicht um diese Energie primär. Es ist sehr lustig, dieses Wort Speaker tatsächlich ist ja auch ein witziger, sehr lustig, wie Worte manchmal auch so Hinweise geben auf das, was es wirklich ist, du bist halt ein Speaker, wie quasi das jetzt in den Schulen damals zum Beispiel, in den Fluren waren so, benehmt euch, arbeitet mehr, macht das, was gut für die Firma ist, das ist ja auch das, was die meisten Coaches und Speaker, die sagen dir das auf eine andere Art und Weise, weil wenn es der Chef jetzt sagen würde, wäre nicht so geil, dann würden die sagen, okay, das ist der Chef, klar, wenn ich da arbeite, wenn jetzt aber der schillernde Speaker oder der Coach das auch sagt, du musst dir wirklich mit deinen ganzen Emotionen wirklich der Arbeit freien Raum geben, sondern auf einmal, ah ja, genau, danke, und der Chef denkt, ist so gut gemacht, Bruder, oder der Entscheider, ich wünsche mir das wenigstens so Chef werden, ich habe auch viele Vorträge gehalten für, nicht Startups, aber ich sage mal, für Firmen, wo der Typ wirklich seine Firma geliebt hat, das war sein kollektives Organ, sage ich jetzt mal, er hat das wirklich wie sein Baby gesehen und wollte wirklich, dass gewisse Leute was verstehen und deren Leute im Team waren auch Teil des Organs, die wollten auch gemeinsam in diese Route, in diese Richtung fahren und da war es ein leichtes, da können wir meiner Meinung nach super easy unser Ding machen, bei dem anderen halt auch, aber dann ist das wie, also wenn wir Training geben und wenn wir Leuten sagen und schlagen und eins und zwei und boah, dann halten wir Pratze kurz einmal und der haut dagegen wie Chucky Chan und er denkt, er ist ein Fighter, kann ich nicht, so Fitnessboxen, kann ich nicht, klar, Fitnessboxen, wenn man jetzt wirklich nicht kämpfen will, ja, aber Fake Fitnessboxen, weißt du, so Thailand-Boxen, wo bei jeder geht so, ey, ja, genau, und das meine ich mit die Messlaster geht jetzt hoch, weil das ist ja kein Zufall, das ist ja kein Zufall, so jeder auf anderen, also was mir auch persönlich, weil du hast auch als Speaker erwähnt, weil für viele ist es ja, mein persönlicher Werdegang war auch immer so, ich ging diese Coach-Szene und dann irgendwie, so, doch, aber nein, so, und dann Speaker-Szene und dann doch, aber nein, so, und dann Öffentlichkeitsszene, Videos gemacht und dann Desinfluencer, so, nein, so, fuck, so, und dann so langsam, langsam checkt man das, das Ganze hat jetzt so ein Muster, die Leute checken und der Ansatz ist anders, A zum Beispiel, jetzt sind Leute wie wir, Junge, also 30 bis 35, 40-jährige Entscheider in Positionen, die selber wie wir groß geworden sind und die ganze Welt kennen, auch durch den digitalen Wandel, auch die online, die die globale Welt kennen, andere Rangehensweisen kennen, nicht nur die westliche Welt oder nicht nur die deutsche Rangehensweise kennen und auch sagen, weißt du was, die gehen wir ganz anders vor, ey, du komm mal in die Firma, was ist hier das Problem? Ich so, ey, ihr müsst eure Kantine ändern oder ey, ihr müsst das ändern, ihr müsst auch wirklich die Firma verändern, ihr müsst wirklich, ihr seid ein Organ, ihr seid ein Kollektiv, lass die Leute frei werden, lass die Leute das machen, weil diese ganzen Speaker-Events zum Beispiel, sind oft eigentlich wie eine Klassenfahrt, ich wüsste, wenn ich da wirklich bin bei diesen ganzen Events, ist es wirklich wie Klassenfahrt, die ganzen Mitarbeiter sind da, benehmen sich dann ganz kurz, wie wir früher in der Schule benehmen, dann ist Party, dann trinken die sich weg und dann passiert, was oft so passiert, so, die Speaker sind meistens immer die Stars, laufen dann ein bisschen rum und werden von allen Leuten angehimmelt, dann machen die weitere Connections, bauen sich neue Vorträge auf, aber irgendwie fehlt da dieses, dieser Ansatz, der bei uns ja wirklich unser X ist, also X meine ich gerade damit unser Grund, unser Dharma, unser Grund, warum wir in Coaching gehen, während die wiederum, ich sage jetzt nicht prima, um das abzuwerten, um Gottes Willen, aber die Qualität finde ich, ist da sehr, sehr wichtig und ich glaube, genau sowas kann der Coaching mal gerade gebrauchen, dass man auch wirklich sagt, ey, wir helfen, aber ihr werdet sehen, dass den Leuten geholfen wird, was wir beibringen, funktioniert wirklich für die Praxis, weil Kampfsport, also Touch. Ja, das warst du gerade gesagt, das X im Prinzip, was würdest du da sagen, dass da jetzt wirklich Veränderungen stattfinden, meinst du das, oder hast du irgendwas anderes? Das wir, also ich persönlich sehe es ja so, wir haben ja alle, wie so unseren Algorithmus, sage ich jetzt mal, oder unseren Code, jeder Mensch hat ja irgendwie so seine Trauma, jeder einzelne Mensch, warum er beispielsweise sein Urvertrauen verloren hat, wenn man auf Schwingungsebene jetzt guckt, warum er zu viel anspannt, sage ich einfach mal. So, kann sein, als als Kind, weiß ich nicht, es kann wirklich reichen, dass du zu lange liegen gelassen wurdest, dass du irgendwas von der Mutter abbekommen hast, vom Vater, aber es ist ja egal, was es ist, aber irgendein Päckchen trägst, mit dir, jeder. So, und dieses Päckchen, was du mit dir trägst, sorgt natürlich dafür, dass du im Alltag, ich nenne das immer, Stellvertreter anziehst, also eigentlich immer dieselben, aber in Form einer anderen Person. Es kann zum Beispiel sein, dass du mit deinem Bruder um deine Mutter kämpfst und die Aufmerksamkeit deiner Mutter, weil du denkst, deine Mutter zeigt dir, dass du liebenswert bist, obwohl Liebe ja von innen kommt, bla 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 bla, und das ist dann dein X, sage ich jetzt mal, woran du hängen könntest, dass du zum Beispiel immer wieder alles, was du im Leben liebst, weil du denkst, das hält die Liebe, das ist Gott, das ist das Wahre, obwohl das hier drin ist, anhaftest und festhältst. Dann kommt Attachment natürlich ins Spiel, die typischen Sachen, die auch seit Jahren berichtet werden. Und diese, ich sage mal, Anfälligkeiten sorgen dafür, dass du im Leben, auch wenn du älter wirst, ob du in der Schule bist, ob du einen Job hast, ob du in Rente bist, immer dieselben Probleme anziehst, aber in Form einer anderen Person, männlich, weiblich und was auch immer. Ja, das ist ein, da habe ich noch einen schönen Satz gehört, das ist ein immer gleiches inneres Schauspiel und wechselnde äußere Besetzung. Richtig schön gesagt, richtig. Und diese Begegnungen bricht man halt sehr stark, wenn man einen persönlichen Krisenweg, einen Selbstermächtigungsweg geht, dass man quasi seinen Algorithmus durchschüttelt und durch eine Sache, Selbstständigkeit, Kampfsport oder was auch immer, darum sage ich immer, Kampfsport ist ein Cheat, weil damit gehst du da rein und konfrontest dich komplett selbst und änderst deinen Algorithmus, du änderst dich komplett selbst. Weil natürlich ziehst du immer noch weitere Punkte an, also Heilung hört dir nie auf, aber du änderst dann zum Beispiel deine Position in dem ganzen Spiel, du wirst dann zum Beispiel nicht mehr der Loser, du wirst der Stärkere oder du wirst der, der zum Beispiel seine Panik, die er immer wieder hat und darum stottert in der Schule, wird dann dadurch, dass du das immer wieder vor einem Turnier spürst, merkst du irgendwann, ey, ich höre darauf jetzt nicht, ich mache nie rein in den Kampf und besiege den Gegner mit dem Armhebel. Auf einmal hast du das für dich durchbrochen. Und Kampfsport beispielsweise gibt halt, oder Tanzen oder was auch immer, jeder hat ja seinen eigenen Weg. Der eine wird Frühvater, der eine übernimmt die Firma seines Vaters. Und auf einmal hast du so eine ganz andere Durchrüttung. Und dann merkst du, ey, ich bin ja gar nicht nur mein Code, der mich diktiert, so wie so ein Tunnelblick, ich kann ja auch mein Schwingungsfeld und mich ändern. Ich kann mich beeinflussen und anders durch die Welt gehen. Und das ist dann wie das Aufwachen. Und dann geht es halt los, das müsste dir auch, glaube ich, aufgefallen sein, dass man fast schon, ohne es zu wollen, Menschen anzieht, die auch aufwachen wollen. Die was verändern wollen. Und dann, genau, und die aber gar nicht merken, dass sie zu dir kommen deswegen und du gar nicht merkst, dass du die anziehst. So war es bei mir jedenfalls. Deswegen bin ich in das Coachsein oder was auch immer, das ist reingestolpert. Dann kommt der eigene Touch rein, weil dann gibt man denen mit, was einem selbst geholfen hat und sieht, das kennst du vielleicht auch, bei seinen Schülern sich selbst dann wieder. Dass da wieder so ein Stellvertreter spielt. Man sieht dann sich selbst und seine Probleme und seine Baustellen und seine ganzen Geschichten, was ja wiederum den Lehrer wieder zum Schüler macht und das typische Lehrer-Schüler-Konstrukt. Irgendwann ist es dann interessant, dass man seinen eigenen Touch entwickelt. Jetzt kommen wir zum Thema X und man dann merkt, ey, ich habe es geschafft, von minus X auf, oder von minus Y auf plus Z zu kommen. Ich habe einen Unterschied gemacht. Selbstermächtigung, also was kreiert, was nicht da war, also mein Code hier geändert, um andere Dinge anzuziehen. Andere wollen das auch und man denkt sich, ey, ich weiß ja wirklich, wie es geht und mache daraus ein Tauschgeschäft. Ich bringe bei, du gibst was auch immer. Und das ist, finde ich, bei uns der Ansatz, der eigentlich Kernansatz sein sollte, dass man sagt, hey, ich gehe irgendwo rein und will geben. Und je besser wir werden, desto größer ist ja dieses Gap, wo wir potenziell Menschen helfen könnten. Und ich finde, das ist fürs Coachsein sehr wichtig. A, dass dieses Gap immer größer wird, damit du nicht nur Leute anziehst, die wirklich stark unter dir sind, nicht ego-hierarchisch, sondern wirklich von der, Algorithmus-Position ist vielleicht falsch gesagt, aber von der Grundposition im Leben. Somit muss man selber besser werden, was oft auch schwierig ist. Vielleicht kennst du das selbst, man wird dann Lehrer und verliert sich im Lehrer sein und irgendwann wird man nicht mehr besser. Und wenn man besser wird, das ist halt so ein typisches Meister- und Schülerspiel. Und dieses X, dieser Grund, dieses ich habe mir geholfen und will anderen helfen, ist ja eigentlich nichts anderes als Selbstliebe. Weil nur, dass du das quasi dich selbst unterstützt durch andere. Und damit auch, wenn du zum Beispiel deine Schüler anschreist, eigentlich die selbst anschreist. Wenn du dem sagst, wie kannst du das machen, eigentlich mit dir selber so redest, der vor sechs Jahren sowas gemacht hat. Und das, finde ich, gibt dieser Lehrer-Schüler-Sache so einen ganz eigenen Touch, der halt bei Speakern weniger gegeben ist. Weil wenn du als Speaker bist, einfach hingehst, redest, du merkst gar nicht, was du da gesät hast, weil du vielleicht gar nichts pflanzen möchtest. Und das passiert halt, finde ich, bei sehr vielen Leuten gerade. Kann auch Bodybuilder sein. Der merkt, ey, ich habe durch Bodybuilding mein Leben verändert. Wie gesagt, Bodybuilding ist nicht schlechter jetzt, aber in Relation zu Kampfsport, finde ich so eine Leideversion davon. Du kriegst halt weniger Feedback, ne? Richtig, das meine ich damit. Du hast halt weniger Spiegeleffekte, sage ich jetzt mal, für dein Ego oder für dich selbst. Und das ist, finde ich, so dieser interessante Weg, den wir gehen oder den Menschen gehen. Dass sie sagen, hey, unabhängig davon, ob es jetzt einen Coachingmarkt gibt oder nicht. Ich war im Minus, bin jetzt im Plus. Menschen kommen und wollen das lernen. Mein Weg, das zu unterrichten, ja, wie ist es jetzt? Laptop, Podcast, Kampfsport, Fernsehen. Ich suche einen Weg, um dieser Guru, Leader, Samurai, Coach zu sein. Und damit bin ich gleichzeitig auch der Schüler. Ja, weil, ja. Also dir geht es primär darum, zu sagen, okay, ich habe es irgendwie geschafft, mich selbst zu ermächtigen. Ich habe es geschafft, also ob es durch Kampfsport oder was auch immer ist, bei uns war es halt nur mal das. Ja. Ich habe durch Kampfsport gelernt, meine eigenen Limitierungen, meine eigenen vorgegebenen Sachen. Du bist irgendwie oft in so einem Spiel einfach gefangen und kommst da nicht raus und die Person immer die gleiche Scheiße denkst, das kann ich nicht sagen. Immer wieder. Und hast es irgendwie geschafft, dass zumindest der Scheiß nicht nochmal passiert oder der Scheiß nicht nochmal passiert. Ein gewisser Scheiß nicht nochmal passiert. Irgendwann bist du, irgendwann hast du vielleicht sogar die Möglichkeit, aus dem Spiel auszusteigen. Da habe ich schon mal gehört. Neues Spiel, aber ja. Wahrscheinlich, ja. Es ist eine interessante Geschichte. Wenn man das jetzt mal so bezeichnet, ist es ja im Endeffekt wirklich ein Spiel. Warum man das überhaupt spielen sollte, ist nochmal eine andere Frage, aber zumindest da findet der Coaching-Markt statt. In diesem Spiel. Alles andere ist entweder dafür da, das Spiel am Laufen zu halten oder eben, dass du es schaffst, in diesem Spiel irgendwie aufzusteigen. Und dabei kann man dir als Coach helfen, wenn du es zumindest selber gemacht hast. Das heißt, es wäre auch eine schöne Art und Weise, sich da rauszustellen und zu sagen, okay, was habe ich geschafft, so wie war es vorher. Welche Geschichte habe ich gehabt? Welche Position habe ich gehabt im Leben? Welche Position habe ich jetzt im Leben? Leider Gottes ist das auch sehr leicht zu faken. Solche Geschichten kann man sich ja quasi ausdecken. Deswegen sind es ja Geschichten. Gab es ja im Kampfsport auch. Vor MRA gab es ja, massige, ich will es keine Sportart nennen, aber du kennst ja diese ganzen Fake-Trainer, vor denen man jahrelang, ich selber war bei vielen solcher Trainer als Kind, meine Mutter, ich wurde gemobbt, stecke mich da rein und sage, hier ist ein Großmeister, hat den 78. Dahn und du sitzt da und denkst dir, ja super, und du respektierst ihn einfach psychologisch und machst die ganzen Muster danach. Und ich kann mir vorstellen, dass es jahrhundertelanges Großmeister gab, die noch nie im Kampf geprobt wurden. Klar gab es vielleicht Weisheiten, aber du weißt, was ich meine. Das ist auf jeden Fall sehr real. Das ist auf jeden Fall sehr real. Das ist tatsächlich der Punkt, den man da, das ist ein schöner USP, dass du dich auf jeden Fall damit konfrontiert hast. Du musst, das ist auf jeden Fall so ein härteren Test, eine realere Geschichte, deswegen auch der Song in the UFC, gibt es nicht. Ob das jetzt eins zu eins übertragbar ist, liegt dann wieder an der Vermittlungsfähigkeit des Coaches, weil es bringt jetzt nichts, um den Ballen auf die Schnauze zu hauen, aber wie man sich selbst stellt, wie man sich selbst verändert, das hast du auf gar keinen Fall irgendwo so klar wie im Kampfsport, weil da ist es you versus you. Kommt natürlich darauf an, was man Kampfsport definiert lässt. Auf jeden Fall ein lustiger Teil mit den ganzen anderen Kampfkünsten, in Anführungszeichen. Das ist ja auch eine schöne Sache, aber wie lustig sind diese, Videos von diesen, wie heißen das denn, es gibt auch so einen Namen dafür auch, die mit so Energie arbeiten. Unsichtbaren Sachen, die Leute einfach dem Programm folgen, wie diese Firma, es ist ja dasselbe Prinzip, die machen einfach mit und spielen das ganze Spiel mit. Aber es ist krass, du musst ja mal eins sagen, das sind 40 Leute, 50 Leute auf dieser Matte und alle denken tatsächlich, das ist der Witze der Sache, alle denken tatsächlich, wenn der Typ mich von vier Metern wegwischt, dann muss ich fallen, ich würde sehr gerne wissen, wie das alles fühlt. Der Witze der Sache ist, ist, dass dieser Typ das auch glaubt. Da gibt es ja auch diese Leute, diese Trainer, die dann denken, weil sie jetzt irgendwie nach 400.000 Idioten nacheinander mit zwölf Metern Entfernung K.O. geschlagen haben, das klappt wirklich. Und dann behaupten, ich gehe gegen den Kämpfer, das ist ja wirklich ein Witz, das muss ja mal reinzunehmen. Der Typ musste das ja, also ich meine, wenn du sagst, okay, gut, ich mache mir jetzt hier einfach guten Spaß, easy money und verarsch diese Idioten, indem ich denen beibringe, dass ich die aus vier Metern ausnocken kann, cool. Aber das kommt immer an den Punkt, wo du wirklich denkst, okay, ich könnte auch jemandem, der da nicht dran glaubt, den Kampfsportler ausnocken. Das ist ja wirklich lächerlich, dass du da wirklich dran, dass das so weit, die Leute spiegeln ihm das ja. Und irgendwann, irgendwann ist es dann eine Realität, um diese Coachingbrücke zu schlagen. Ich habe mich behindert gedacht, als ich das gehört habe, da war so ein Coach bei einem Freund von mir im Podcast. Ich muss immer wieder über diese Clips, ich habe die hart gefeiert, weil der halt so eine eigene Welt hat, so spezielle Leute anzieht. Der ist so ein Männlichkeitscoach, aber halt für ein sehr spezielles Publikum. Das sind sehr spezielle Männer. Was heißt sehr spezielle Männer? Ja, das sind so diese unsicheren Nachtflug-Kids im Prinzip, würde ich mal so behaupten. Also Leute, die den Weg der persönlichen Entwicklung so ein bisschen aufgegeben haben, das macht alles keinen Sinn, deswegen quasi den Teil skippen wollen und über Status und dergleichen ihre Rolle finden wollen. Das heißt, ich bin... Über psychologische... Ja, wenn du zum Beispiel in so einen klassischen Club, da ist es überhaupt nicht mehr interessant, wer ist dieser Mann im Kern? Was kann dieser Mensch dir bieten an emotionalem Halt, an Verständnis, an Eloquenz, an Kommunikation, an Verbindung? Sondern einfach nur, wer hat die größte Uhr, wer hat die tollste Flasche, wer hat die schönsten Klamotten? Okay. Und strategisch. Ja, ob das ja strategisch ist oder nicht, aber im Endeffekt so, du definierst dich über Äußeres, nicht über Inneres. Du dann sagst, okay, ich habe meine inneren Kämpfe gekämpft und gelöst, so mir geht es gut, ich brauche diesen Scheiß nicht, das ist Sachen, die es in unserer Welt zum Beispiel stark ausstarkgebend sind. Wenn du in den Raum reinkommst und da ist irgendwer oder da ist irgendwas uncool, so mir geht es trotzdem gut. Verstanden. Weil einfach die Sachen, ich bin damit irgendwie durch mit diesen Kämpfen und das ist mir nicht mehr so wichtig. Die Leute, die das nicht sind, kommen rein und denken so, boah, scheiße, okay, ich krempfe mal hoch, dass meine Uhr rauskommt, weil vielleicht könnte ich hier in Frage gestellt werden. Und das sind halt wirklich stark diese Leute und weil so viel mit diesen Leuten konfrontiert wird, haut der wirklich vor laufender Kamera die These raus. also wirklich als Aussage, ich konnte nicht mehr, also mit innenbrünstiger Überzeugung, dass 30% der Männer unter 30 noch Jungfrau sind. Weil er in seiner Bubble nur das gesehen hat. Verstehe. Verstehe. Zu dem kommen wirklich Leute. Was für ein Traum, wenn man das ja glaubt. Bruder, ne? Das könnten ja auch wir sein, aber in einem anderen. Ja, aber jeder Dritter die Welt, die dich umgibt, definiert halt wirklich das, was du über die Welt denkst. Wer bist du dann? Der denkt wirklich, also, das ist dein Männerbild dann automatisch. Ja, in seiner Welt. Wer bist dann du, was bist du dann für ein Held in Relation zu denen? Safe, ja. Der Einordnung unter den Blinden sozusagen, aber 30% der Männer sind dann noch Jungfrau. Das ist doch einfach nur zu krass. Ja. Ich muss aber gestehen, dass ich das nachvollziehen kann, weil ich weiß, wer das weiß, aber mit einem meiner ersten Geschäfte waren ja Manfredo. Ja, genau. Da habe ich ja angefangen. Das ist auch immer noch einer meiner Kerngebiete, was ich durch die neuen Sachen halt upgraden konnte. Aber ich kann es fast schon nachvollziehen, dass man wirklich das glaubt, also wenn wir, vielleicht als kleiner Exkurs, wenn man das vielleicht so sieht, dass wir Programme sind, die Programme schreiben, ist es ja wirklich so, also wenn du die Fähigkeit hast, durch deine Aufmerksamkeit ein Programm zu schreiben oder ein Code zu schreiben oder ein Programm zu halten. Beispielsweise ist auch Placebo so ein Ding, was man nicht erklären kann, was aber in diese Richtung fällt. Dass du wirklich da sitzen kannst und wirklich durch diese schöpferische Fähigkeit wirklich glauben kannst, die Welt ist so, wie es ist. Das heißt, das Programm, was du deinstallierst, ist wirklich so, Männer sind so, mein Wuschelschlag kippt die Leute weg. Und das macht halt, finde ich, das so schwierig, sich selbst zu vertrauen, weil du ja nie weißt, was wirklich real ist, wenn du dich zu sehr anhaftest, wenn du nicht auch die Welt da draußen siehst. Und als ich nämlich mit dieser Branche angefangen habe, war das so, Du heißt so, der Mann-Frau-Pick-up-Geschichte Genau, weil der Hintergrund war ja der, angefangen habe ich mit 2021 ungefähr, meiner Selbstständigkeit und mit meinem Coaching-Geschäft so. Und ich war immer schon, das habe ich jetzt auch vorhin die letzten Jahre über mich festgestellt, immer schon therapeutisch sehr begabt und sehe mich auch fast schon mehr als Therapeut in dem, was ich tue. Und das, was ich damals angezogen habe, energetisch, durch meinen Minus auf Plus, durch diese Marge, waren halt Leute, die auch meinen Minus auf Plus Weg gehen wollten. Für mich persönlich war es halt so, körperliche Ebene Kampfsport, mentale Ebene, Psychologie, zwischenmännische Beziehungen, NLP, Mann-Frau-Dynamiken, Pick-up oder was auch immer. Das war aber nur ein Teil davon. Und dadurch, dass ich die Nachfrage, also Nachfrage, also geguckt habe, wer braucht meine Hilfe und es waren dann oft solche, weil ich war ja auch so einer vorher, vielleicht nicht durch Luxusartikel, aber durch in der Ego-Welt, wie ziehe ich Frauen an. Also ich würde nicht mal sagen, dass das alles nur die Ego-Welt war, primär, aber durch welche Knöpfe und Strategien zieht man Frauen an, vor allem, wenn man nicht giftet ist, gut aussieht oder was auch immer. Wie kann man schnell den Step machen, Frauen anzuziehen? Und als ich halt gewisse Tools gelernt habe und weitergegeben habe, die auch funktioniert haben, ist mir halt aufgefallen, wenn du arbeiten willst, in Anführungszeichen, brauchst du ja Kunden. und ich habe jetzt nicht aktiv gesagt, komm du, ich bringe dir mal wie meine Frau, ich komm du, bringe dir mal wie meine Frau. Ich verstehe absolut, aber automatisch ziehst du, automatisch wirst du dann, hast du halt eine Bubble und beim Kampfport merke ich das zum Beispiel, wieder ein anderes Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel die letzten Monate, Was hast du da erlebt in der Mann-Frau-Welt? In der Mann-Frau-Welt war das Interessante, dass, erst mal habe ich halt, also als Trainer oder persönlich? Also wie ist quasi dein Bild davon, was für Menschen quasi sich einen Dating-Coach suchen, in Anführungszeichen, was für Leute sind das? Unterschiedlich. Sind das tatsächlich Menschen, so kannst du das nachvollziehen, sind das tatsächlich Menschen, die zu 30 Prozent unter 30 noch Jungfrauen sind oder was würdest du sagen? Würde ich nicht unbedingt sagen, weil damals war es halt so, ich mache es jetzt immer noch, immer noch eine meiner Kerntätigkeiten. Jetzt, ich bin älter, das Thema ist älter und meine Wege, Leute dahin zu bringen, sind ganz andere. Zum Beispiel war das damals dann so, du ziehst dann Leute an mit Mangel, also was heißt, du ziehst die Leute an. Viele Leute kommen zu dir aus einem Mangel, jetzt auch immer noch. Also es vergeht kein Stream oder Coaching oder was auch immer ich öffentlich mache, wo nicht man Frau-Dynamik-Fragen kommen und meine Fans wissen auch, fragt das nicht, es soll nicht nur darum gehen, aber ich will halt da auch die Töne nicht so zumachen. Aber es ist halt wirklich so, die Leute, weil wir kommen alle aus einer Mutter, alle so, bisher jetzt jedenfalls alle auf der Welt, kommen wir aus einer Frau. Das heißt, oft ist die erste Verbindung, die wir zur Liebe haben, von einer Frau diktiert. Dadurch haben viele Menschen das Gefühl, wenn sie eine Frau kontrollieren, kontrollieren sie Liebe. So. Und dieses Muster ist halt oft zu erkennen, dass egal wie das Leben halt ist, sobald eine Frau in deren Leben kommt, die sind halt so erleuchtet und alles ist gut. Ob es jetzt das Schmetterling im Bauch ist, Dopamin ist, Serotonin, was auch immer. Man hat dieses, boah, dieses, oh mein Gott, das Gefühl will ich bloß nicht verlieren. Die Welt wird rosa-rot und es kann eine Frau sein, die vorbeiläuft, deren Klöchel man sieht, es kann eine in der Klasse sein, es kann ein Küssen im Club sein. Auf einmal ist das Licht an und auf einmal haben die Motivation. Dann sagen die Arzt, was kann ich tun? Und dieser Mangel aus dem heraus, die das suchen, sorgt halt oft dafür, dass je stärker der Mangel ist, desto mehr hast du halt diesen Pool der Nachfrage von Leuten. Und wenn du dann so 40, 50 Leute hast, die alle denselben Mangel haben, weil die sagen, ich nehme nie eine Frau, ich will eine Frau haben und damit auch ein großes Bedürftigkeitspotenzial und du dann halt in die Helferrolle kommst für diese Menschen, die dein Bedürfnis haben, von dir zu lernen, wie das mit Frauen geht oder was auch immer, hast du halt sehr oft eine andere Community, wo du in Relation dazu der Held bist. Kampfsport hat mich Gott sei Dank immer da geschützt, obwohl ich mich auch selber darin verloren habe sehr oft, weil du musst ja auch deine Arbeit irgendwie machen, weil in der Kampfsport-Bubble dann wiederum hast du so ein anderes Leben gehabt, wo du gemerkt hast, okay, da bist du jetzt nicht der Meister, der was auch immer, die sich einredet und welches Programm da geschrieben wird, weil du kannst ja auch Teil des Programms werden, was über dich geschrieben wird. Darum glaubt der Meister ja wirklich, er ist der Typ mit dem Arm. In dem Kollektiv einer Gruppierung, wo das Organ so ist, dass die alle einer Richtlinie folgen, sage ich jetzt mal, schreiben die ja auch energetisch Programme, zum Beispiel, der Großmeister hat das gemacht oder das meint ihr auch in vielen Gyms. Ist halt eine Ideologie im Prinzip. Richtig, richtig, richtig und das ist halt da, wo ich gemerkt habe, es ist nachvollziehbar. Es war zum Glück nie so, Gott sei Dank, hoffe ich jedenfalls und immer wenn es Tendenzen angenommen hat, wie gesagt, ich war Gott sei Dank sehr, sehr jung und so. Jetzt würde mir das so nicht passieren, weil ich jetzt halt den Mangel sofort aufdecke. Ich sage den Leuten noch, guck mal, das ist gerade deine Angst, die spricht. Du denkst, deine Befreiung kommt, wenn du diese Frau jetzt hast. Ich kann dir zeigen, wie du sie kriegst, aber in sechs Monaten bis eineinhalb Jahren wird dein Herz wieder zerreißen, weil diese Dopaminen-Geschichten werden irgendwann weggehen und dann kommt der Mangel wieder hervor und du willst sie einengen und sie behalten und sie wird mit anderen Leuten flirten und blablabla. Und dennoch kann ich das nachvollziehen. Also was ich nachvollziehen, ist traurig, aber wahr. Ich merke es auch selbst, wenn ich zum Beispiel mehr in der Kampfsport-Bubble als Trainer bin beispielsweise, was ich vor allem die letzten Monate in meiner bewussten Rückzugsphase gemacht habe, war ich jetzt mehr der Trainer und wenn ich mehr der Trainer bin, schreibt sich auch das Programm, ich bin der Trainer und schon fange ich auch mehr an, wie ein Trainer zu reden und alle sind so meine Schüler, automatisch so. Auf einmal ist das Programm so, alle sind deine Schüler. So im Supermarkt. Ja, du hast automatisch den Impuls von da ist eine Nücke, da ist ein Fehler, da ist ein Dust und automatisch vergisst du dann auch und das ist halt dieses Krasse, was Aufmerksamkeit ist, weil das, was du tust, formt dich wortwörtlich. Und das war auch, wenn wir vielleicht über meine Fraudynamik, weil Frauen ist so ein sehr interessantes Thema, finde ich, ich war ja aktiv auch verführend, unter, verführend, psychologisch, war doch immer unterwegs und habe meine Fraudynamiken in der Praxis gezeigt und umgesetzt, ob es jetzt durch Clubgaming, ist, ob es im Alltag ist oder was auch immer und dort ist mir halt aufgefallen, das ist ein bisschen schwierig, ohne Gesicht zu reden. Das war gar nicht. Soll ich mal so klatschen, dass du weißt, wo du schneidest? Ja, ich schneide. Achso, geil, geil. Achso, Akku, ja. Wo war ich, wo war ich, wo war ich, wo war ich? Frauen, die ist das, die ist das, Das ist mir dann zum Beispiel auch aufgefallen, dass du dann, wenn du zu viel eine gewisse Sache tust, unabhängig ob es jetzt ist, viel im Bereich Mann-Frau-Dynamik unterwegs sein, viel Kämpfer sein, viel Leser, egal was du tust, es schreibt ein Programm, das bist du dann auch, das wirst auch du immer mehr. Wenn du mehr mit x Leuten wirst, geht dieser x-Touch in dich rein, das Programm geht rein. Ich weiß nicht, ob Eklektik dir was sagt, aber Eklektik ist das Zusammenkommen verschiedener Einflüsse. Man sieht jetzt viele Bars und Restaurants auch, die Eklektik haben, die haben die Stühle aus der Türkei, die Tische von früher, aber die Lampen von heute, das ist auch alles Eklektik quasi. Und quasi Programme, die die ganze Zeit Programme schreiben, alles mischt sich und quasi vermischt sich und deswegen habe ich auch persönlich das Thema Me-Time sehe ich ganz anders. Also Zeit, wo ich nichts, also Selbstliebeaktion oder Ruheaktion tue oder nicht irgendein Programm schreibe oder wenn ich weiß, ich tue jetzt x, formt es mich. Wenn ich zum Beispiel merke, ich werde, nicht unruhiger, aber ich bin zu viel Trainer oder ich bin zu viel Schüler, fange ich wieder an bewusst Tätigkeiten zu tun, die mich umprogrammieren, die mich quasi in eine andere, durch die Handlung in einen anderen Adrian, obwohl es Adrian gar nicht gibt, in eine andere, aktive Rolle bringen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, verstehe. Okay, und das hast du, was hast du da gesehen in der Rolle als Dating-Coach oder Mann-Frau-Dynamics-Shotts, was hast du da gesehen hast? Auf das Publikum bezogen oder als ich der war, der nicht von dir aus, das ist bestimmt nochmal anders. In der Männer-Szene, Dating-Szene. Ja, aber genau, was würdest du sagen, zum Beispiel, wenn du es andersrum formulierst, was ist das Problem von den meisten Männern, die da kommen und fragen, kann ich mit der Mann-Frau? Also, ich weiß, wie es bei dir persönlich war, aber für die meisten Männer ist es ja so, oder für viele Männer, also entweder bist du ein Typ, wo Frauen kein Problem sind, sage ich jetzt mal, kein. Du hast hier Klassenfahrten, du lernst die Frau kennen, du, weiß ich jetzt nicht, Schule ist ja meistens, Laufmann, du hast warum auch immer Frauen in deinem Leben, durchschnittlich, ob es jetzt ist, 16, 17, 18, 19, 20 ein erstes Mal zu haben, eine Beziehung, zwei Beziehungen, ganz normales Leben mit Frauen. Bei diesen Menschen ist das Erfahrungsgebnis eigentlich immer so, dass irgendwann dann eine Frau in deren Leben kommt, die die wegklatscht, wo das dann knallt, weil wir sind ja ein bisschen älter, wir merken auch immer mehr, also man merkt doch, eine Frau ist oft ein Spiegel in deinem Leben. Und wenn es bis dahin keine gab, irgendwann kommt einer, die dir das spiegelt. Das sind diese Formen von Männer, Männer, die normal durchs Leben gehen, die vielleicht keinen Dating-Coach brauchen, ihre Frauengeschichten haben und irgendwann kommt dann eine Frau ins Leben, wo man dann merkt, okay, irgendwas ist komisch. Sie antwortet nicht, ich kriege Angst. Sie, weiß ich jetzt nicht, sie hat mit anderen Typen geflirtet und sie juckt mich doch, obwohl es mich nicht jucken sollte, obwohl ich mal der Beliebte war. Das sind so die Normalen, würde ich mal sagen, die nicht Uncoolen. Dann gibt es aber auch einen großen Part von Männern, die bei dem Spielen nicht mitspielen durften, warum auch immer, nicht konnten. Und für die ist dieses Gefühl von, was ist jetzt eine Frau, voll auf eine Waage gelegt. Weil ich sage immer sehr gerne, auch in Mann-Frau-Dynamik-Seminaren oder allgemein, warum es für mich wichtig ist, dass ein Mann verführen können sollte oder gut mit Frauen sein sollte, fast schon verteidigend wichtig ist. Als homosexueller Mann, wenn du Sex oder was willst, kriegst du. Es gibt Apps, wo du wortwörtlich, man schickt sich einfach nur ein Pimmel hin und her. Es ist schon klar, machen wir oder machen wir nicht. Da ist vielleicht nicht die Liebe dabei, aber wenn du deinem Bedürfnis nachgehen willst, du kriegst was. Homosexuelle Frauen, wenn du deinem Bedürfnis nachgehen willst, du findest was. Du kriegst was. Findest was zum Ficken, meinst du? Du kriegst was, ja. Es wird schon was geben. Heterosexuelle Frauen, wenn du willst, du kriegst was. Und alle Frauen sagen, wenn du ein Schild hast, wo draufsteht, wer will heute Sex finden? Und du gehst als Frau durch die Straße und findest jemanden. Oder man findet dich. Aber als heterosexueller Mann bist du so, kannst du schnell wieder wie der komplette, oh mein Gott, was mach ich da sein? Weil so leicht ist es ja nicht für jeden, dass er einfach Zugang zu Frauen hat. Zu weiblichen, zu weiblichen. Ja. Und was ich mache, ist für beide Männer da sein, vor allem für die Ersteren mittlerweile mehr, die Performer, die Guten, die auf einmal merken, hey, was ist das hier? Das ist eine Frau, weil für Entscheider, Unternehmer CEOs, sehr viele Prominente, für die ich das auch mache, sind Frauen sehr, sehr oft so das absolute, der absolute Endgegner. Obwohl die nie ein Problem mit Frauen hatten. So. Vor allem so 30 oder aufwärts, wo das dann wirklich interessanter wird, das Leben. und man vieles durchgekaut hat. Aber diese zweite Kategorie von Leuten, die Loser, wie ich es früher war, die haben halt wirklich Probleme damit, weil sie sind absolut im Mangel. Mit dem Prinzip an sich, mit der Frau an sich. Frau, genau, die kennen die Dynamiken nicht, darum nenne ich es ja mal eine Frau-Dynamik. Die kennen die Dynamiken nicht, die wollen es aber auch mal erleben und die kennen vielleicht Pornos, die kennen vielleicht Beziehungen vom Gucken und die kennen halt dieses Schmetterling-im-Bauch-Gefühl, nur durch einen Blick von einer Frau und stalken und hey, wie geht's dir und beim Chat hängen bleiben und so absolut im Sinne von das verknüpft sich jetzt nicht, sage ich jetzt mal. Und das war halt mein Erfahrungswert, dass ich halt gesehen habe, es gibt beide Kategorien von Männern, die die auf, beides funktioniert, aber auf derselben Basis, finde ich. Und zwar, wie gesagt, wir kommen alle aus einer Frau. Wir kommen alle aus einer Mutter, aus einer Frau. Das heißt, wir haben alle das krasse Gefühl von Liebe, weil als Kind hast du ja ein Bedürfnis nach Liebe. Du kannst dir das selber nicht so geben wie im wachsenden Alter. Du hast halt, du brauchst Attachment, du brauchst Aufmerksamkeit, du brauchst Liebe. Es gibt ja diese Beispiele, dass ein Kind, wenn man es hinlegt und nicht beachtet, keine Liebe kriegt, dass es wirklich stirbt. Du brauchst Liebe und du wirst halt oft geboren in Situationen, wo Schwingungen herrschen, wo du vielleicht nicht die Aufmerksamkeit kriegst, die du brauchst. Und schon wird dein Verhältnis zu Liebe gestört, sage ich jetzt mal. Gestört jetzt nicht krank, nicht gehandicapt, aber da ist ein bisschen Urvertrauen weg, da ist ein bisschen zzzz. Und das kommt meistens gar nicht raus im Leben. Vielleicht aber irgendwann mit 28, 27, 35 oder irgendwann mal kam bei dieser einen Frau, die dich anders kitzelt, als du denkst. Und bei diesen Menschen hilft halt Selbstheilung oder Mangel lösen, Selbstliebe. Sie hat nicht das, was du die ganze Zeit suchst. Es kann nur in dir selbst sein. Wenn du es selbst in dir findest, wirst du sie auch anziehen. Und bei den zweiten ist es halt wirklich so, dass man wirklich kollektiv rangehen kann. Dass man wirklich sagen kann, ey, Ansprechangst überwinden. Sprich einfach mal 100 Frauen am Tag am Kölner Dom an, damit diese Angst weggeht. Das ist quasi wie, geh auf dem Turnier kämpfen. Ja, dann verlierst du, geh kämpfen. Damit die aus diesem harten Mangel rauskommen, weil Frauen stehen auf Frauen, Männer, ob die zugehen wollen oder nicht. Frauen mögen Frauen, die von Frauen auch auserwählt wurden oder vorgewählt wurden. Und das ist wie bei diesem typischen Prinzip mit diesem Job. Du bewirbst dich für einen Job und der sagt, ja, aber du musst faire Erfahrungen haben und du sagst, aber ich brauche einen Job, um vier Jahre Erfahrung zu haben und du kriegst keinen Job, weil du keine vier Jahre Erfahrung hast. Und so ist es oft bei Männern, die sagen, ich brauche eine Frau und dann sind die unerfahren, aber die sagen, ich brauche doch eine Frau, um erfahren zu werden. Und da hängen viele Männer halt drin. Und da kann halt Game, Mann-Frau-Dynamiken auf dieser, nicht Ochsen-Tour, aber ein bisschen dieses, komm ansprechen, komm, es geht nicht um die Frau, es geht um dich, es gibt deine Ängste, es geht um das, ja, dann lernst du sie kennen. Jetzt sei nicht so weh, dein Ego sagt, sie muss eine 10 von 10 sein. Krieg erst mal die 5 von 10, bevor du sagen kannst, du willst die 10 von 10. Das ist aber im Prinzip, meinst du das, um das zusammenzufassen, das ist so das Easy Game, also im Prinzip zu kompensieren, dass du damals überhaupt nicht mitspielen konntest, das ist relativ leicht zu kompensieren, indem du einfach anfängst, in Anführungsstrichen, das Spiel zu spielen, du einfach da viel machst. Du bist ja ein Nachteil, erzählte Roman, die anderen spielen es ja auch. Die Frau kriegt durchgehend ihre Bestätigung, die Interesse, die Katoren. Aber es ist nicht schwer, sozusagen, da diese Dynamiken, das ist ja auch noch auf der untersten Stufe, ich kann mich zum Beispiel da noch stark daran erinnern, dass es bei mir sehr ähnlich war, dass ich da einfach nie so wirklich reingekommen bin, das war immer, wenn eine Frau da war, war es für mich immer total, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Warst du auch zwei? Frauenkontakt, eher zwei als eins. Ach krass, ich hatte was eins. Eher zwei als eins. War für mich auf jeden Fall immer ein ganz, ganz heikles Thema. Ich war, ja doch definitiv, also wenn du in deinem Wortmeldschreibst, immer sehr, sehr stark im Mangel, was Frauen angeht. Ich hatte immer nur sehr, sehr wenige Frauen um mich herum und wenn das dann so war, war es immer total angespannt, war ich immer total, boah, jetzt muss das, das muss klappen, das muss klappen, das muss so aussehen, sonst bin ich damit unzufrieden. Was diese Ansprechung hat natürlich direkt erzeugt, ist, dass es automatisch schon eine schlechtere Tendenz angenommen hat, als es irgendwie möglich war, plus egal wie es ausgegangen ist, egal wie viel Mühe ich mir gegeben habe, egal wie das Ergebnis dadurch gekommen ist, war es immer so, dass natürlich das nicht den eigentlichen Zweck erfüllt hat, den das haben sollte, dann kompensiert man einfach sehr, sehr stark. Also es hat ganz, ganz, ganz lange gedauert, bis ich mit Frauen auf einen guten Nennern gekommen bin. Das war auch noch nach meiner ersten großen Liebe, die ich auch, wenn du mich jetzt damals gefragt hättest, durch Glück bekommen hatte. Das war so eine Beziehung, wo ich dachte so, boah, ich und diese Frau, ey, echt Glück gehabt, Bruder, und alle um mich herum, auch so Jonas, Bruder, du hast echt Glück gehabt, lass die niemals los. Da geht das Problem schon los, lass die niemals los. Das war tatsächlich so und ich war Gott sei Dank noch nicht, Gott sei Dank schon so weit zu verstehen, ich verstehe das, dass das eine Frau ist, die unglaublich ist, aber ich bin trotzdem noch so sehr im Mangel, was Frauen angeht, dass ich das Thema nicht damit schließen kann. Also egal wie gut die ist, die kann mir diese Mangel nicht erfüllen. Das heißt, das ist dann harte Nummer, aber trotzdem Gott sei Dank zu Bruch gegangen und dann fing das mit dem Tanzen an und damit will ich nicht darauf hinaus, dass ich beim Tanzen dann auf einmal unglaublich viele oder Sex mit unglaublich vielen Frauen hatte, aber trotzdem hast du um dich herum einfach sehr, sehr viele Frauen. Es wird inflationär, es wird inflationär. Das ist das, worauf ich da hinaus will, wenn du einfach Kontakt, aufnimmst, in irgendeiner Form, das muss überhaupt noch nicht mehr diese romantische Komponente eingehen. Richtig, richtig, richtig. Das ist für dich einfach nicht mehr so ein Oh mein Gott, Oh mein Gott, Oh mein Gott, Frau, 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 Frau. Wenn du einfach mal das ganz normal siehst, dann ist es natürlich auch einfach irgendwann ein normalisierender Prozess, den das Ganze sehr, sehr schön macht. Den habe ich in den letzten Jahren als sehr, sehr, sehr heilsam empfunden, weil die weibliche Energie auch definitiv das ist, was uns Männern allen sehr, sehr stark fehlt. Ja, den Hetero-Männern fehlt, ja. Ja, ja, ja. Also als Mann ist man wirklich ganz, ganz arm dran, würde ich tatsächlich sagen. Man kann sehr schön wegrutschen. Ja, also die Männer haben so eine Tendenz, sich komplett abzuspalten von Emotionen, von Gefühlen. Das ist alles so prekär, wenn du jetzt so der klassische Mann bist. Du wirst so schnell zu Holz und so schnell dumm, weil deine Biologie gibt das einfach schon so stark vor. Man ist als Mann einfach schon so gestresst von seinem Grundauftrieb und so hektisch, so unruhig, dass man bei der kleinsten Kleinigkeit dazu tendiert, okay, bam, ab in den Kopf, nur noch Status, nur noch Arbeit, ich kompensiere, kompensiere, kompensiere ohne Ende und da sind weibliche Energien, egal in welcher Form das gewesen ist, bei mir gezeigt hat, ah, mein Gott. Da ist ein Muster zu erkennen, so schön, das kann alles so schön sein und darum geht es dabei und nicht irgendwie um bam, 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 hier Masturbation am Weibe, da einfach nur reinhauen und irgendwie das ganze Spiel am Laufen halten, sondern da wirklich mal zu verstehen, was diese Fusion von männlicher und weiblicher Energie bringen kann, da bin ich beim Kampfsport genauso. Du bist ja beim Kampfsport, vielleicht siehst du das auch, einer kommt zum Training und du siehst, das wird für dich so sparrig, abklatschen, los geht's, für dich ist das so der 827, also wahrscheinlich viel mehr, aber der tausendste Kampf, für dich ist das Kampf so, ja, ich geh zum Training, ich kämpfe, das ist so, du zählst gar nicht mehr, so, diese analog Frau, okay, da ist eine Frau wie eine andere, so, und für viele Männer, die zum Training dann kommen, du siehst richtig, die klatschen ab und für dich so, der erste Kampf ihres Lebens, jetzt kämpfen und so kämpfen und du siehst, so wie die mit dir kämpfen, so würden die auch mit einer Frau umgehen, das ist die erste Frau in deren Leben, so, und irgendwann wird das Kämpfen inflationär, ja, ich hab mal getabt, ja, ich hab mal nicht getabt, ich hab einen schlechten Tag, hab ich einen guten Tag gehabt, so, und das Gefühl haben halt Frauen sehr, sehr schnell, hetero Frauen, auch wenn du junge Frau bist, du hast schon so oft Gedankensex gehabt, oder man sieht ja, das nennt sich in der Mann-Frau-Dynamik Interessensindikatoren, dazu drehe ich auch ironischerweise gerade einen Videokurs ab, Menschen senden halt Interessensindikatoren, so, und Interessensindikatoren, die auf Schwungsebene sind, wenn die gucken und Interesse haben, instinktiv, dass sie sich zum Beispiel die Haare richten, das ist jetzt nicht immer so, aber ein Beispiel dafür, oder Proximity ist ein Beispiel, Proximity nennt sich, wenn Frauen, die Interesse haben, anfangen lauter zu lachen oder zu kichern oder in deine Nähe zu kommen, so, obwohl die das selber vielleicht gar nicht so 100% meinen, aber man merkt zum Beispiel, oh, und Männer, die gut mit Frauen sind, da musst du erkennen, checken sofort schon diese Interessensindikatoren, so, und bei Männern ist das so, man lernt die und checkt die, wenn man bekannter ist oder bei Frauen jetzt nicht unten platziert ist, lernt man das Muster, aber bei Frauen ist das so, die kennen das bei Männern halt schon mit 16, 15, 17, die kennen alle Interessensindikatoren, die gehen zur Tankstelle, kommen raus und wurden schon 20 Mal gefickt vom Typen, so weiß ich, der an der Kasse arbeitet, die kennen die Blicke, die wissen, ach, der will, der will nicht, weil die auch einen ganz anderen, die Art, die gehen zum Beispiel Freitagabend, machen sich fertig, für einen Club oder wofür auch immer, so, fertig machen heißt ja auch attraktiver aussehen, was nicht heißt, dass sie das machen, um was auch immer, es geht nur darum, die werten sich auf, ihr Reproduktionswert wird aufgewertet, so, und dann gehen sie raus und sie merken ja kausal einen signifikanten Unterschied am Verhalten der Männer zu ihrem Fertigmachen und das ist auch im Kontrast wiederum an den Informationen, wie Männer sind, die uns mit Männern auch fehlt, das haben wir die ganze Zeit gar nicht, du kannst dann vielleicht eine Rolex anziehen, die nicht dir gehört und dann siehst du, Frauen ändern sich, gewisse Frauen, nicht alle und das haben Frauen halt durchgehend, dadurch haben die eine ganz andere Parametersammlung an Informationen über Männern, wo du halt einfach matchen solltest, wenn du hoch mitspielen willst oder dich wenigstens verteidigen willst auf emotionaler Ebene. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die bei Frauen viel, viel öfter vorkommt als bei uns Männern, dass sie da irgendwie Interesse klagen. Die sind im Vorteil, die sind wirklich im Vorteil und dann sagen die Frauen die ganze Zeit, wo gibt es richtige Männer? Wenn es aber keine Trainer gibt wie uns, die das richtig beibringen, wie soll es sie dann geben? Ob ich mich auf den Markt begebe, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, es ist unausweichlich, ehrlich gesagt, weil die ziehen hier an. Natürlich würde ich das niemals ausschließen, nur wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagt, hör mal, ich habe ein Problem und das Problem sind Frauen. Alles andere ist super. Dann wäre ich so, Bro, lass uns lieber noch mal so ein bigger Picture machen und gucken, ob da nicht vielleicht doch irgendwo ein kleiner Crack noch drin ist, weil das als so einzelnes Feld zu machen ist natürlich auch wieder absolute Beschäftigungs- und Maintainstherapie, wenn du jetzt sagst, okay, ich verschaffe diesem Typen, der es irgendwie nie geschafft hat, weil er einfach ein unsinnhafter, also ein Mensch ist, der in sich selber nicht gut gegründet ist, wenn er es einfach nicht geschafft hat, Frauen anzuziehen, dadurch, weil er keine Attraktivität als solches ausstrahlt, dem jetzt irgendwelche Moves zu zeigen, von denen ich Gott sei Dank auch gar keine kenne, ich bin mich damit nie beschäftigt, Moves zu zeigen, um Frauen zu bekommen, boah, da kannst du ein richtiges Monster erschaffen, glaube ich, weil wenn du das Ding am Laufen hältst und das andere einfach nur, wenn du dich selber, dein unsinniges Konstrukt von dem, wer du bist, am Laufen hältst, aber lernst, das zu kompensieren durch Frauen. Aber die Probleme bleiben ja, das habe ich auch langfristig gemerkt. Wenn das so ist, dann hast du wahrscheinlich irgendwann so vier Frauen im Keller gesperrt. Das weiß ich jetzt nicht, aber der Heilungsaspekt muss auf jeden Fall als roter Faden für mich immer gegeben sein. Egal, was man macht, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, guck mal, dann anspreche ich, Angst kann weg, eine Frau kriegen, kriegt man irgendwie hin oder muss da, dass man irgendwie die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Frauen in dein Feld kommen. Es gibt so gewisse Basics, sage ich jetzt mal. Aber das wird das Kernproblem nicht lösen, dass man vielleicht kein anziehender Mann wird. Und dieses Kernding, auch wenn man lernt, Frauen anzuziehen, Frauen zu halten, geht halt nur, wenn man sich selbst auch geheilt hat, sich selber gut kennt oder man zieht halt genau in dem Grad auch ungeheilte Frauen an. Ist immer relativ. Das ist das, was ich eben meinte, zum Beispiel mit den Nachflug- oder Club-Connections, die dann wirklich ja auch von den Frauen aus her so gesehen werden, dass auch Frauen haben quasi dieses normalen Kommunikationsprozess aufgegeben, wo man sich als Mensch verbindet, wo man sagt, okay, das bist du im Inneren, das bin ich im Inneren, wir passen gut zusammen, wo wirklich so ein allgemeines Unverständnis in der Regel vor ist. Logischerweise ist es ein Club, deswegen das ist auch laut und dunkel, das ist klar, aber das ist ja so eine Metapher dafür, wo dann auch außen nur noch verbunden wird über äußere Merkmale, das heißt Männer, Uhr, Geld und hast du nicht gesehen, Frauen, Titten, Ärsche und die Überleben so Reproduktionswert, Überleben bei Männern, Reproduktion bei Frauen. Genau das wird eigentlich, das ist der einzige Plattform, dann hast du dann wirklich irgendwann eine Frau und du weißt überhaupt nicht, wer die ist und du weißt bei dem Mann auch überhaupt nicht, wer das ist. Man verarscht sich gegenseitig. Du hörst auch teilweise von diesen Pärchen Beschreibungen ihrer Partner, wo ich mir denke, Bro, wie kannst du so deine Frau, oder wie kann jemand, über den du so redest, deine Frau sein oder andersrum. Es ist heftig, weil wie gesagt, das, was dich zusammenhält, hat überhaupt nichts damit zu tun, wer die Person ist. Milieu ist toxisch. Sondern was die Person hat. Das hat man ja super, super oft, dass sie einfach nur, da ich zusammen bin, weil irgendwann dieser Prozess so, das andere Geschlecht verstehen und sich mit zu verbinden, der ist dann irgendwann so, komm, scheiß drauf, ich hol mir jetzt einfach die Uhr und ist das Ding gegessen und das Thema ist abgeschlossen. Aber dann kommt irgendeine andere mit einer anderen Uhr. Mit einer anderen Uhr und dann level up, level up, level up. Sie hat Angst vor jemandem mit größeren Titten oder was auch immer. Die Angst, Angst zieht miteinander an, dann trennt man sich wieder, aber dass die Angst von ihm und ihm wieder zueinander geht, verwechselt man mit Liebe. Aber das ist ein wichtiger Tauschplatz. Gleiches zieht gleiches Jahr an. Deswegen ist aber spirituellen Frauen anders. Spirituelle Frauen waren entweder so und sind nicht mehr so, waren vielleicht nicht so. Ironischerweise aber unter der Bubble von spirituellen Menschen auch wieder so ein System, wo es auch wieder dann Ego-Abpausungen gibt, finde ich. Aber, ja. Ja, das ist tatsächlich eine. Bei meiner Mutter ist Keller im Wasser im Keller. Oh, okay. War gut. Was soll ich gerade sagen? Das ist auf jeden Fall ein Riesen-Symptom. Ein Riesen-Symptom von dem, was da so los ist hier bei uns. Aber als Feld viel zu, finde ich das sehr, sehr gefährlich, zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt damit. Du kannst natürlich darüber, wiederum, als ob das jetzt Kampschon wäre oder Dating macht keinen großen Unterschied, du kannst natürlich darüber sehr viel lernen. Nur das Problem, glaube ich, mit Frauen ist, dass wenn man da einmal reinsteckt, das ist sehr, sehr schnell, sehr, sehr schön. Das ist viel zu schön. Als Akteur meinst du jetzt, wenn man besser wird mit Frauen, sehr gefährlich. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und nehme dafür als Spiegel, als Feedbackfeld Frauen und Dating und sowas, was ja vom Prinzip her Sinn macht, weil du musst ja eigentlich ein guter Mann werden, um dich dann mit guten Frauen zu verbinden. Dann will man den Black Belt in Frauen haben auf einmal. Du kriegst viel zu früh, viel zu große Trophäen und Erfolge und man steigt wahrscheinlich viel zu früh auf. Beim Kampschsport, wie gesagt, es gibt immer irgendwer, der besser ist oder es gibt immer wieder dieses so, ich bin noch nicht da, ich muss noch weiter an mir arbeiten, zum Beispiel oder andere Sachen, die dich einfach viel mehr an der Stange halten. Aber bei Frauen, dieses einfach Aussteigen, das geht ja schon relativ schnell. Man braucht ja nicht viel, damit das Schönes ist. Man fühlt sich schnell wie ein Alpha, weil man eine Relation vielleicht Leute hat, die 30% jungfrauen sind. Oder der Bücher verarscht, war so krass. Ich konnte es nicht glauben. Aber ich kann es nachvollziehen. Mit einer Instagram. Ich kann es nachvollziehen. Das spiegelt ja scheinbar das Programm, in dem er läuft. Ja, das ist das Programm, ja. Das ist das Programm, ja. Das ist das Beste, dass du mir vorleid, wenn du das siehst. Ich auch. Ganz ehrlich, ich bin die ganze Zeit auch schon der Lügen, wenn ich mit solchen Leuten zu tun hätte. Ja, glaube ich. Das ist ja auch bei ganz vielen. Lange her, Gott sei Dank. Ja, aber klar, du kommst da viel mehr her als ich zum Beispiel. Du kommst ja auch viel mehr, ich habe zum Beispiel auch immer im Nachnehmen gearbeitet, aber bin auch immer wegen, allein schon meiner Nationalität und meiner Art und Weise immer auch so ein bisschen als Externer wahrgenommen worden. boah krass, komm, da ist der Jonas, aber das war nie so ein, komm, wir holen uns zusammen eine Flasche oder so. Okay, verstehe, verstehe, mich niemand gefragt hat. Ich war auch zum Beispiel der Einzige von allen Türstehern, also wirklich jeder Hans Wurst, der Einzige, der nie gefragt wurde, ob er mal Heads Angels melden wollte. Mich hat niemand gefragt. German Shaming einfach. German Shaming. Richtiges German Shaming. Das heißt, ich hatte nie so den, auch nie die Versuchung dementsprechend, mich in diese Welten zu begeben. Aber jetzt, warum fragt den keiner jetzt? Aber ist so, ich war schon teilweise ein bisschen abgefangen. Frag doch, damit ich nein sage, aber frag doch. Teilweise wurden Leute so neben mir gefragt, was ich meine? So neben mir und ich so, okay, gut. Ich will auch nicht. Ich komme da gar nicht her, obwohl ich immer viel drumherum war, war ich da nie drin. Ich war nie in diesem Status, geballere und vor allem, was Frauen angeht, kompensatorischen Game. Das habe ich nie gemacht, obwohl ich damit immer viele Probleme hatte, aber ich wurde nie dazu eingeladen, diese Möglichkeit der Kompensation zu laufen. Auf deinem Weg jetzt. Genau, also alle, die gesagt haben, ey Jonas, wir müssen jetzt mal hier irgendwie einen Tisch nehmen, um Frauen zu kriegen, die haben nie gefragt, Jonas, willst du auch mitmachen? So, die waren immer so. Der scheißt immer rein und schreit. Lass mal nicht Jonas Bescheid sagen, weil der macht immer kaputt. Der macht wieder irgendwie komische Sachen. Der hinterfragt irgendwas oder so. Der macht wieder Stress. Kann ich wieder. Der hinterfragt oder ja. Der sagt ja wieder so, das ist nicht richtig. Man war wieder der Türsteher oder waren wir die Leute im Club? Man war immer sowas dazwischen. Von daher war das, da bin ich Gott sei Dank nie versuchen gefühlt worden. Ja, so viel dazu, so viel dazu, aber das ist auf jeden Fall trotzdem ein krasser, ein krasser Markt. Also krass, dass es ein Markt ist, da spielen sich natürlich voll. Ich sag dir auch, ich glaube, es ist unausweichlich, weil ich habe es mir da nicht ausgesucht. Das war auch so ein Ding, ist auch wieder so, als was wird man bekannt oder damit wurde ich Gott sei Dank nicht bekannt. Ich würde sagen, das gehört auch zu meinen Dingen, wo ich unter manchen Kennern bekannt bin. Ich war es, wie gesagt, eigentlich schon fast 14 Jahre. Aktiv 10 würde ich sagen, aber das habe ich schon vor 14 Jahren angefangen, zeitgleich mit Kampfsport fast. Plus, minus. Aber man darf eine Sache halt nicht vergessen, klar geworden. Wir wissen ja nicht, wenn wir jetzt sagen, wir sind Coaches, wobei ich das Wort, wie gesagt, als Worthülse nicht unbedingt mag. Man ist Guru, Coach, Trainer, was auch immer, ob man will oder nicht, man ist es einfach für Leute. Leute wählen dich aus und sagen, den ich sehe, ich will sein der. Wie er hat gemacht. Man führt eine Anziehung, wie er hat er gemacht. Und sehr oft ist es so, dass die Jungs, Jungs sage ich jetzt extra, wir werden älter und es kommen immer mehr Jungs, die 15 waren, einfach mal 18 oder 17, 16 werden, die uns angucken und in ihrem Programm ist das so, vielleicht ist es auch wirklich so in Relation, das ist es doch wirklich so, dass sie uns ansehen und sich denken, ich wünschte, ich wäre mehr so, damit ich Frauen habe. Das können wir uns ja gar nicht aussuchen. Ich wünsche, ich wäre mehr so, damit ich Frauen habe. und dann sagt man, hey Jonas, hey Adrian, wie kann ich von dir lernen? Soll ich Kampfsport machen? Soll ich Hypnose machen? Aber seine Intention ist, er will auch bei Frauen gut ankommen. Und das habe ich sehr, ich habe es halt immer transparent angesprochen. Ich habe sofort gemerkt, okay, ich weiß, warum die kommen. Und ich habe es dann auch direkt ausgesprochen. Es geht um das und das und jenes. Kann ich dir zeigen, wie es geht. Weil ich war selber, habe es nicht gehabt. Ich habe das und das gemacht und das funktioniert. Komm, ich bringe dir bei. Und darum sage ich ja, ich glaube, man kann es gar nicht, weil ich bin mir 100% sicher, ein großer Prozenteil deiner Leute wollen auch wie du besser bei Frauen ankommen und gehen den Weg, den du gewählt hast, um bei Frauen besser anzukommen und wissen gar nicht, dass die das mit Frauen lernen wollen, aber wollen auch ein Mann sein wie du, weil in Relation kommst du bei Frauen an, für die, für die meine ich jetzt. Und das ist ja unausweichlich als Coach, weil auch Kampfsport, hohe männliche Energie, zieht doch hohe weibliche Energie an, gehört dazu. Also ich würde auch niemals das Thema ausklammern wollen, das wäre ja auch absolut aberwitzig, nur würde ich das niemals, es gibt ja wie gesagt, Dating-Coaches oder dergleichen, das würde ich niemals machen, ich würde das immer in eine allgemeine Entwicklung mit einbinden wollen, aber ich würde das niemals als einzelnes Feld anbieten. Es gibt zum Beispiel Felder, die man als Einzelnes machen könnte, wie zum Beispiel innere Stärke oder Sport, Fitness, das macht Sinn. Wir wollen aber auch das für Frauen, die machen Fitness für Frauen. Das bleibt halt die ganze Zeit. Das ist vom Prinzip her absolut okay, nur das muss aus irgendwas herkommen, man sollte das nicht dafür machen. Selbstheilung muss eigentlich immer so der Bedingung sein. Von daher, ja, Selbstheilung. Ja, schönes Stichwort für das Thema, was du wahrscheinlich die ganze Zeit in der Brust mit dir rumträgst, Selbstheilung. und du bist gerade auf dem absteigenden Ast von deiner letzten Selbstheilungssession, habe ich gehört, ja? Okay. Was geht los? Adin erzählt von seinem neuen Lebensabschnitt. Neuer Lebensabschnitt? Okay. Also eigentlich kein neuer Lebensabschnitt. Psychedelika. Ja, Psychedelika. Das ist eigentlich kein neuer Lebensabschnitt. Aber ich komme ironischerweise gerade von einem sehr schönen Trip. Boah, Fangen wir an. Also, Psychedelika sind so ein Upgrade, finde ich, für Leute wie uns gerade. Und die setzen so quasi das E-Tüpfelchen drauf. Weil jetzt geht es halt wirklich darum, Coaches können nicht mehr faken Coaches zu sein. Weil, du hast ja wahrscheinlich auch viele Zeremonien schon geführt, wahrscheinlich auch, denke ich mal. Und hast selber miterlebt und gemerkt, das kommt dem Training nah. Also da hast du wirklich echte Situationen, die jetzt nicht hart und gefährlich sind, also in Relation sind. Je nachdem. Natürlich weiß ich jetzt nicht, wer zuschaut oder so. Ich rede jetzt nicht davon, dass jeder das nehmen soll. Aber Psychedelika haben auch nochmal die Messlatte hochgesetzt, finde ich. Weil, je nachdem, welches Werkzeug man da wählt. Ich mache das schon seit fast fünf Jahren. Vier Jahre, also, Corona war 2020, ne? Drei, vier Jahre. Aber wenn ich mich recht erinnere, hast du angefangen, ironischerweise ja, an dem Tag, wo ich das erste Mal bei dir zu Hause war, wo ich gerade von einem eigenen Trip kam, mir irgendwie überlegt hatte, wie erzähle ich dem davon, dass ich das mache und du dann irgendwann so, ey Bro, was ist mit Pilzen? So warst du? Ich so, ey Bro, nur dass du Bescheid weißt, falls irgendwas Dings ist, ich weiß, wie du das kennst, ich kam gestern vor einer Pilzzeremonie und du so, das ist doch ein Scherz jetzt. Das ist doch ein Scherz jetzt. Ich so, warum? So, ich auch. Und ich so, das ist doch ein Scherz jetzt. Wir gucken kurz so an. Das war schon, das war aber nicht mein erster Trip. Mein erster Trip war sechs Monate davor. Das war mein erster oder zweiter High-Dose-Trip. Über sechs, sieben Gramm trocken. Obwohl ich das erste Mal auch da drin war, sage ich jetzt mal, aber auf Pilzebene. Aber ja, das war schon. Das ist nicht so lange her, das sind so zweieinhalb Jahre oder sowas. Ja, ja, zweieinhalb, drei Jahre. Ja, ja. Genau. Also, ja richtig, was auch kein Zufall ist, dass diese ganzen Werdegänge ähnlich sind und dann kommt man auf dieses Thema. Aber, ich, ich persönlich habe halt, also Pilze, also Psylozybinen, also Psychedelika, also allgemein die Wirkung auf das Ruhezustandsnetzwerk, wo das Ego oft hausiert, die dafür sorgen, dass quasi du aus deinem Ego rauskommst, obwohl Ego ja gar nicht, wirklich ein Ego, also wo fängt Ego an, wo hört das auf. Misch die Karten aber ganz anders durch. Einmal für einen selbst, weil man selber halt sich konfrontieren muss, so. Viele dieser Speaker und Experten, die zum Beispiel nicht merken, dass sie aus Fake-Basis arbeiten, könnten das gar nicht durchstehen. Du meinst, du siehst dich quasi in einem größeren Kontext eingeräumt, du siehst noch über deine eigene. Du bist wieder selber Schüler, da fängt es schon mal erstmal an. Deswegen ist jetzt auch seit, also du siehst ja erstmal als Schüler, erstens. Zweitens, du siehst, diese ganze Welt ist nicht die einzige Realität oder ist nicht die Wirklichkeit. Was wir mit unseren Sinnesorganen sehen, ist nicht die Wirklichkeit. Das ist unsere Realität, aber nicht die Wirklichkeit. Und je nachdem, welches Werkzeug man wählt, hat man andere Möglichkeiten einzusteigen in das, wie man die Wirklichkeit sieht oder lenken und erschaffen kann. Und da gibt es halt verschiedene Werkzeuge, verschiedene Vehikel, sage ich jetzt mal. Das eine geht kürzer, das eine geht länger. Und ich habe professionell für mich halt festgestellt, wenn man jetzt Schamane definiert als jemand, der Begriff heißt ja wie gesagt auch so, Schamane ist jemand, der weiß. und Schamanen, die sind die Leute durchguiden, durchführen, durch die Leute, die selber erlebt und gelitten und geheilt haben, dann gesehen haben, wie es geht, für sich und für andere demnach auch und dann anderen dabei helfen, durch Psychedelika, habe ich eigentlich gemerkt, wie sehr eigentlich das vor allem der Polarstern ist, um mit Menschen zu arbeiten. Um sich zu transformieren, um sich zu verändern. Vielleicht kennst du das ja selbst, ich finde das größte Problem und die größte Schwierigkeit als Coach und Trainer oder die größte Arbeit und unnötige Kopfschmerzarbeit ist als Trainer oder als was auch immer, wie man das nennen möchte, das Ego des Schülers. Also wenn es das gar nicht geben würde und man einfach machen würde, was man sagt, würde der viel schneller ans Ergebnis kommen. Plus wenn du mit dem Ego der Leute konfrontiert bist, brauchst du lange, um das zu knacken, dann ist es geknackt. Nein, schreib ihr jetzt erstmal nicht. Ich weiß, du willst sie unbedingt schreiben, schreib ihr nicht. Warte ein bisschen, dies, das, ananas, du wirst jetzt unruhig, schreib ihr nicht. Oder keine Ahnung, dein Arm tut ein bisschen weh, entspann dich, nimm eine Faszienrolle, du musst dich sofort zum Arzt rennen, dein Arm ist nicht gebrochen, weil du hier ein bisschen Schmerzen hast. Und dann, ja, aber mein Arm tut weh, aber meine Mutter meinte, aber ich will der Frau jetzt schreiben, was, wenn die nicht mehr antwortet. Das ist für mich so die Reaktion von Ego immer so, diese Anspannung. Und Psychedelika ist das Geniale, wenn du eine Session führst, da das auf das Ruhezustandsnetzwerk, auf Default Mode Network greift und das Ego quasi weg ist und sein inneres Kind oder wie auch immer man das nennen möchte, rauskommt oder sein nicht so angespanntes Wesen oder sein stark angespanntes und dadurch auffällig angespanntes Wesen, dass er selber merkt, ey, entspann dich mal, hast du das schon mal beiseite und kannst direkt an die Wurzel gehen und direkt sagen, ey, da ist doch etwas oder ey, da ist dies, da ist das. Und so habe ich gesehen, dass ich nicht nur bei mir, sondern auch bei allen Leuten, bei denen ich das mache, viel krasse Resultate hatte als jahrelang davor. Und dann die ganzen anderen Themen, die ich beibringe, viel besser gefruchtet haben und das somit eine ganz andere Tür öffnet für viele Menschen. Und ich wiederum auch sagen muss, es hebt auch wiederum die Messlatte an, weil es ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Du kannst dich selbst nicht verarschen, sonst kickt dich das selbst weg. Du begegnest dir selbst ja auch voller Dings und du musst halt wirklich auch smart sein. Deine, ich nenne es gerne Mustererkennungsmechanismen, müssen ausgeprägt sein, was bei Kampfsportlern sehr hoch ist. Mit Mustererkennungsmechanismen meine ich, dass du, Kampfsport ist ja voller Muster. Du kennst es ja selbst, du hast eine Technik von dort und eine Technik von dort. Auf einmal merkst du, dass du jetzt weißt, wie du von der Glory, äh, Gloryhole, Honeyhole, Dings von, keine Ahnung, dieser Position das machen musst und jenes machen musst, obwohl du gar nicht weißt, warum du das machen musst, aber deine Mustererkennung sagt, darauf folgt jetzt die Technik oder da muss die Hüfte jetzt rein. So, weil du halt so oft was mit der Hüfte gemacht hast, merkst du, da muss die Hüfte rein, zum Beispiel. Weil wir halt durchgehend Muster erkannt haben. Beim Tanzen ist ja, glaube ich, ähnlich. Da bin ich ja kaum reingegangen, dass es ja quasi auch Mustern folgt oder was auch immer und dadurch man auch seine Kunst reinbringt. Jedenfalls diese Mustererkennungsmechanismen kann man dann als Guide einfügen, weil wenn du dann die Person vor dir siehst, sich selbst oder den, keine Ahnung, Kunde ist das falsche Wort, den, mit dem du einen Trip machst und dann auf einmal sein ganzes Leben, sein ganzes Schwingungsfeld aufgedeckt wird und die ganzen Muster in seinem Leben erkennst und dann siehst, ah, Mutter, ah, Vater, ah, Tochter, ah, Stellvertreter, und je nachdem, wie ausgeprägt du als Therapeut bist, kannst du dann sehr schnell sagen, nein, das ist wegen deinem Leben, wegen dem, nein, das mit deinem Chef ist eigentlich wegen deinem Bruder, nein, das mit dem ist eigentlich wegen da und dann kann man wie so ein Uhrwerk reingehen, das da lösen, das da lösen, das da lösen und dann schließt sich das Portal wieder, je nach Substanz und dann merkt der auf einmal, ey, seine Anspannungen sind weg und das revolutioniert halt die Psychiatrie, die Psychologie, die ganzen Leute kommen so langsam jetzt darauf und es wird eine neue Ära von Therapie geben jetzt. Ja, du meinst, dass das über die Öffnung, über die Abbauung der Reaktion auf diese innere Disharmonie, auf diese innere Disharmonie, die wiederum so offen liegt, dass man da sehr schnell Harmonie schaffen kann, was auch wieder verhindert, dass die Muster, die Problemlösungen, die Falschen da drüber kommen. Wo man gar nicht reinkommt sonst, weil das Ego halt im Weg ist. Ja, ja, ja. Und das öffnet das Portal, je nach Substanz halt. Ja, je nach Substanz und natürlich auch nach vielen anderen Faktoren, die da eine Rolle mitspielen. Genau, genau, genau. Das ist einfach eine krasse Möglichkeit, da alles, was sich so über dein eigentliches Sein gelegt hat, so nach und nach abzuschichten, jede Schicht so ein bisschen abzubauen und auch wenn du es gut machst, zu gucken, ach, welche Schicht war das. Natürlich ist es danach nicht für immer weg, aber du hast es auf jeden Fall einmal gesehen, du hast einmal gesehen, wie sie aussieht, du hast vor allem auch einmal gesehen, wie es ohne diese Schicht ist. Genau. Und wenn sie dann wiederkommt, denkst du, ah, da bist du schon wieder. Oh, genau. Lass mich in Ruhe, Mann. Ja, ja. Geh weg. Ja. Das ist ein super, super krasse Tool zur Selbstreflexion und einfach zu verstehen, dass du nicht du bist, weil das nochmal so ist, sondern weil du das daraus gemacht hast. Ja. Was hier eigentlich so allgemein ist, sehr, sehr crazy, welche Filter und Reaktionen man sich so da reinlegt, 100 Prozent. ohne jetzt das zu reflektieren oder wirklich zu reflektieren. Du kannst wahrscheinlich sehen, okay, ich bin so und so ein Mensch, ja, aber dass das nicht deine gesamte Existenz ist und dass das eher so das Äußere ist, ist eine Sache, die bei Psychedelikern, also so Bewusstseinserweiternden, sehr Ego-auflösenden Sachen, also Bewusstseinserweiterung, da kommt ja stark durch diese Ego-Auflösung, dadurch, dass du dieses Bewusstsein, was ja auch da ist die ganze Zeit, erst mal so ein bisschen darauf zugreifen kannst, ist sehr, sehr crazy. Finde ich aber auch eine sehr, sehr, ja, neue Geschichte zumindest noch, wenn es darum geht, quasi mit Leuten zu arbeiten, mit Leuten in Interaktion zu treten. Ich habe das auch viel gemacht, das war damals aber noch größtenteils privat, sobald das irgendwie den Anspruch hatte, dass das irgendwie therapeutisch ist, im Sinne von, einer ist der therapeutische Male, der andere ist derjenige, der therapiert wird. Das fand ich immer eine sehr, sehr intime Nummer auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr intim. Energetisch meinst du? Ja, zumindest energetisch. Ich habe ja jetzt auch das schon extrem lange, extrem viel gemacht und benutze das gerade größtenteils so zur eigenen Reflexion, zum eigenen Wachstum. Ich finde zum Beispiel, dass es ein unglaublich geiler Tool ist, um sich nochmal selbst zu resetten, um nochmal alles leer zu machen, um nochmal nicht so einen vollen Kopf den ganzen Tag rumzulaufen. Ich habe aber wiederum auch andere Leute im Umfeld, die sind berufliche Trip-Sitter, die sind berufliche Schamanen, die haben teilweise, da haben wir welche original Pilztempel eröffnet. Äh, richtig, ja. Die Brüder, ne? Ja, wo die Leute permanent kommen und dann da mit denen trippen und die, die da immer durchführen, boah, das stelle ich mir echt anstrengend vor. Ja, auf jeden Fall. Nehmen die, also machen die das, arbeiten die so, dass sie selber auch dann leben? Ja, nachvollziehbar. Ja, ich meine klar, du kommst viel besser rein, das ist gar keine Frage, dass das für den Prozess besser ist. 100 Prozent. Ja, keine Frage, nur, du hängst dann echt schon viel in anderen Leuten Prozessen rum. Ja, 100 Prozent. Hast du schön erkannt. Das ist schon heavy. Würde ich, also ich persönlich mache das nicht, also je nachdem, welche Person, also bei mir ist es auch nur auf Anfrage, ich mache es halt nicht mit jedem, wirklich nicht mit jedem und ich setze es auch sehr, sehr hoch an. Also auch vom, also das ist jetzt nicht für, da verscherbe ich mich jetzt auch nicht, weil das halt wirklich energetisch Aufwand bringt, aber halt auch, ich getriggert werden möchte. Das ist für mich ein intellektueller Anspruch auch, weil das auch für mich wie eines der förderndsten und nach langem intelligentesten Dinge sind, die mich wirklich in diesem Leben mitgenommen haben. Wo ich halt wirklich auch sage, wenn du jetzt zu mir kommst, als 22-Jähriger Pascal, sage ich jetzt mal, der Geld von seinem Vater hat, aber Liebeskummer hat und sagt, ich habe jetzt gehört, Ayahuasca, LSD, Pilze sind toll und ich will mit dir einen Trip machen, kann er mir so viel Geld geben, wie er will, da werde ich ihm nicht helfen können und werde ich auch, da gibt es meine Videokurse für, da meine Coachings für. Aber wenn ich zum Beispiel jemanden da habe oder so Härtefälle, Krisensituationen, Sachen, wo man wirklich wie ein Uhrwerk tief reingehen muss, wo wir sonst nicht reinkommen, wo es wirklich, wo ich wirklich in seinem Leben, an seiner Arbeit, ob es jetzt ein Prominenter ist, ob es jetzt ein Unternehmer ist, ein Performer ist, eine nicht egomäßig signifikante Person, aber eine Person, wo dann, wenn ich den Knot löse, ganz krasse Eindrücke in seinem Leben entstehen, weil sein Level noch oben geht. Das sind so die Leute, mit denen ich es mache, weil, wenn jetzt zum Beispiel eine Person da ist, die jetzt verwitwet ist oder Todesfall erlebt hat, Firma verloren hat, alles am Arsch gegangen ist, da würde ich eher auf Psilocybin und Pilze gehen, beispielsweise. Also diese multidimensionale Welt auf Basis von LSD zeige ich nicht jedem. Das ist schon wirklich so, da musst du auch wirklich, weil da gehe ich immer mit rein, weil sonst kann ich die Schwingungswelt auch nicht lenken und beeinflussen. Bei Pilz ist es aber so, da brauche ich nicht mit reinzugehen immer. Da geht die Person rein, ich sehe dann, wenn ich ein Stellvertreter für ihn zum Beispiel werde, merke ich dann zum Beispiel, oh er denkt jetzt, ich bin der Freund, der Vater oder was auch immer, dann führe ich ihn da durch, was auch immer. Bei LSD gehe ich aber mit rein, je nachdem. Und das ist auch, anders komme ich halt nicht in sein Ohrenwerk rein und anders kann ich auch gewisse Dinge nicht lenken. Das ist aber auch nur für Leute, die wirklich bereit dafür sind. Da würde ich auch wirklich sehr vorsichtig sein. Viele, das ist jetzt auch so ein neues Ding, in der Psychedelika-Welt als Guide, sind halt sehr oft mit ihrem Ego drin und sagen, hä, da kommt wieder dieses Coach-Prinzip rein. Ich mache das nicht für jeden, du musst bereit dafür sein und arbeite mit der Angst von den Leuten und sagen so, nicht jeder ist bereit dafür und so. Das macht das auch wieder viel zu krass. dadurch hatte ich auch eine falsche Angst davor immer gehabt. Du weißt ja selbst, das bringt nichts, das Durchgehen zu nehmen, in keinen Sinn, du musst immer noch in der dreidimensionalen Welt das integrieren, sonst wärst du ja da oben schon. Da bist du ja, wenn du stirbst wieder zum Beispiel, aber du bist jetzt hier. Aber wenn man Leuten jetzt sagt, bist du bereit für dieses Ding und dann zeigst du denen kurz hinter die Kulissen vor, du zeigst denen kurz alles, die Wirklichkeit und die kommen dann zurück, das kann zu viel sein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt Inception-mäßig da irgendwo hängen bleibt, glaube ich jetzt, will ich nicht unterschreiben. Also je nachdem, wie weit man ist, wie weit man ist. Ich mache es, wie gesagt, nicht mit jedem jetzt. Aber, oder siehst du das anders? Mit dem Hängenbleiben zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass man als solches hängen bleibt. Ich glaube natürlich, dass es trotzdem Tendenzen gibt, wie jetzt zum Beispiel Schizophrenie und dergleichen. Ja klar, diese Rezession ist wie bei Gras, natürlich, das klammere ich gerade aus. Dass du ein bisschen rausfliegst, aber der Prozess in einem gesunden Gehirn startet bei Null, geht auf 100, geht wieder zurück auf Null. Also du bleibst, es wird keine Substanz in deinem Gehirn hängen bleiben, buchstäblich. Das ist ja auch ein lustiger Gedanke. Ich meine, wo soll das Zeug herkommen? Ja, richtig, richtig, richtig. So eine unerschöpfliche Quelle von Kulissen. Es gibt auch so ein schönes Beispiel, das ist in dem Buch von Christian Rätsch, hinten nochmal draufgeschrieben worden, ein Zitat von jemandem, das war nicht von dem Doktor selbst, sondern von psychedelics, Ken Cosps, psychische, komische Verhaltensweisen bei Menschen, die es nicht genommen haben. Ich merke immer, wie krass Menschen Psychedelika brauchen, einfach ein Zeichen, an der Reaktion, wie sie darauf reagieren, dass man das nimmt. Oft ist es zum Beispiel so, aber da kann man ja voll drauf hängen bleiben und klatschen bleiben. Da sage ich immer, ey, du kannst auch auf dein Handy klatschen bleiben, auf eine Frau klatschen bleiben, auf dein Auto klatschen bleiben, auf deine Uhr klatschen bleiben, das klatschen bleiben, dieses Trichner, dieses Anhaften, dieses Anhaftung, das Anhaften ist das Problem. Ja, genau. Wenn du es auf Psychedelika anhaftest oder auf deine Mutter oder auf deinen Vater oder auf deinen Laptop, die Anhaftung ist die Sache. Safe. Und was die meisten Leute halt glauben, ist, dass die Substanz nicht mehr aus deinem Gehirn rausgeht. Wie soll das funktionieren? Das hat ja eine Wirkung und jede Wirkung lässt ja irgendwann nach. Toleranz auch. Logischerweise ist ja physikalisch unmöglich. Nichts bleibt für immer in deinem System, weil sonst wäre es ja kein System, was sich irgendwie durchspült. Es wäre auch keine Schwingungen, es wäre ja keine Bewegung. Ja. Das greift ja auch nicht auf den Dopamin, also je nachdem, welche Substanz. Also MDMA bin ich zum Beispiel auch, habe ich auch schöne Sessions mitgehabt, muss ich sagen. Aber du hast auch MDMA-Cymbioning gemacht schon mal? Nee, schon noch nie irgendwas. Wirklich auch. Nicht psychedelisch, muss man zugeben. Es ist halt Herzöffnen, je nachdem, ob man das jetzt als Herz definiert, wenn du jetzt Herzöftin bist. Aber unabhängig jetzt von MDMA oder so, Psilocybin oder LSD gehen ja nicht auf dem Dopaminrezeptor. Also kein Belohnungssystem wird aktiviert. Du hast nicht dieses Craven, wie bei Gras zum Beispiel oder bei Kaffee oder bei Zucker oder bei Masturbieren, dass du mehr willst oder dich selber umerziehen kannst, dann mehr zu wollen. Oder wie bei Koks oder so. Das ist bei Psilocybin-LSD ja gar nicht gegeben. Und da merke ich halt sehr oft, dass genau dieses angespannte Default-Mode-Network reagiert auf der Nimmstich-Dirniger. Wenn er es aber wirklich nehmen würde, wäre das erstmal ruhig. Ja, muss ja. Das ist ja eine logische Konsequenz davon, dass dieser Prozess dann irgendwie stattfindet, dass das irgendwann mal dann nachlässt. Aber ist schon eine Sache, die man mal gemacht haben kann, unabhängig davon, ob du jetzt sagst, okay, das ist das, wo ich hin will. Aber du musst auf jeden Fall nicht als solches Angst davor haben. Es sei denn, wie gesagt, du hast schon so einen leichten Crack. Dann wird der natürlich stärker. Wir reden jetzt auch nicht von 18-Jährigen, die das machen. Meiner Meinung nach lohnt sich das auch nicht, wenn deine Person nicht ausgereicht ist. Schadet aber auch nicht. Bei den meisten Leuten schadet es nicht so. Nicht direkt. Es gibt ja auch viele Aussagen von wirklich Kindern. Es gibt auch viele Vorträge, dass wirklich junge Leute, früher jetzt sage ich, sechs-, sieben-, achtjährige Mädchen beispielsweise in dem Wald ganz einen Pilz gefressen haben. Für Kinder ist es auch gar nichts. Die schamanischen Stämme zum Beispiel geben auch ihren Kindern mit vier, fünf, sechs Jahren schon Ayahuasca. Und das ist bei denen auch vollkommen normal. Ich würde ganz kurz einmal kurz... Sorry. Für Kinder ist das auch gar nicht mal so krass, in Anführungsgeschichten. Die indigenen Stämme zum Beispiel geben ihren Kindern mit vier, fünf, sechs Jahren schon Ayahuasca. Echt? Und wie ist die Wirkung bei sowas? Nicht so stark. Das Ego ist ja gar nicht so ausgeprägt. Ja, richtig. Genau, genau, genau. Jeder Tag ist es spannender als Kind. Wenn du jetzt Ayahuasca haben, ist es auch das spannend. Ja. Das ist nicht so der Riesenfilm. Die einzige wirklich, also was mir immer mal passiert ist, unglaublich lustige Story. Ich habe mal mit meinem Bruder Pilze genommen. Mein Bruder ist ein normaler oder wie soll man sagen, ein ordentlicher Mensch. Also der mag quasi einfach das Leben, das bürgerliche Leben mag mein Bruder. Also der ist trotzdem ein krasser Typ. Der findet dieses bürgerliche, systemische Leben, Moral und dergleichen, der findet das einfach so gut. Der fühlt sich daran wohl und der mag die Welt so wie sie ist. Natürlich mag er auch Dinge in dieser Welt nicht, aber das ist für ihn trotzdem alles so, wie es sein soll. Und dann hatten wir irgendwann mal, das ist Ewigkeiten her, ich bin so 14 Jahre, da waren wir noch so 18, 20 und so haben wir zusammen gewohnt und haben also aus Spaß und der Freude ein paar Pilze genommen, aber auf einer ganz, ganz niedrigen Dosis. Und damals ja noch. Ungefähr so war wie ein bisschen mehr Gras zu rauchen. So zwei, drei Gramm wahrscheinlich. Ja, also maximal. Tatsächlich sogar weniger. Dann hatte ich in der Zwischenzeit dann aber schon größere oder schwere psychische Erfahrungen gemacht, bis mein Bruder dann irgendwann zu mir wieder kam und sagte, ey, lass doch noch mal Pilze nehmen. Ich hatte aber gar nicht so wirklich auf dem Schirm, dass der logischerweise die letzte Erfahrung hatte mit diesen ein Gramm, zwei Gramm Geschichten, während ich durchschnittend durch schon Ayahuasca und Pipo gemacht habe. Das heißt, ich habe gesagt, ich kümmere mich drum, ich organisiere das, lass, let's go. Der so, okay, let's go. Und ich packe halt direkt High-Dose aus, weil das für mich mittlerweile normal war. Ich hatte ganz vergessen, dass der dann nicht mehr mitgezogen hat. Der kannte das gar nicht so, in der Welt. Hör mal, ich weiß nicht, long story short, wir waren im Siebengebirge auf so einem Berg, sind da hochgequackt. Waren wir da nicht zusammen? Ne. Ah, okay, okay. Wir sind auf so einen Berg gegangen, haben uns da hingesetzt, waren ein paar Sachen, die jetzt vielleicht reibungsloser hätten laufen können, zum Beispiel sind wir hochgekommen, gerade der Pilz wirkt, wir schwanken so hoch, kommen da hoch auf diesen Berg, sitzt dann zwei Leute wie ihrem Hund. so, ne? Für dich, der hat die Schwiegung wahrscheinlich alle voll aufgenommen, so, ne? War ein bisschen suboptimal, aber hat sich dann relativ schnell gesettelt, das heißt, der Trip war wirklich Bilderbuch, Sonnenbergang, Natur, für dich? Also von uns beiden, du spürst dir die Energie auch von dem, auch er ist durch seine ganzen Schichten durchgegangen, auch er hat sich da einmal komplett durchgearbeitet, war wirklich an dem Punkt, wo alles eins war, wo alles, wo er verstanden hat, wer er ist, wer er war, wer er eigentlich sein könnte, Wir hatten eigentlich wirklich einen tollen Trip, danach haben wir noch irgendwie da gesessen, Feuer gemacht, ganz lange nicht geredet, bis wir wieder so einigermaßen gesammelt waren und ich so, boah, Bruder, schön, ne? Der so, damit die da scheiße will ich nichts zu tun haben, was soll der? Danach? Obwohl er so, aber war das, weil sein Ego zurückkam danach und das nicht greifen konnte? Das ist einfach nicht sein Ding. Ich weiß nicht. Wollte er es nicht zugeben wegen so einem Bruder-Ding? Nein, Mann, der ist einfach krass, der liebt einfach das Normale, also der mag das. Sein Ego oder er? Ich habe keine Ahnung, aber es war sowas von hilarious. Ich fühle es ja nicht mal, das Normale, weil es ist ja eigentlich darum, das zu integrieren, das Normale ändert sich ja dadurch. Er hatte einfach keinen, nur positiv. Ich habe auch nie jemanden getroffen, der das gemacht hat und darauf keinen Bock hatte, außer mein eigener Bruder. Was vielleicht kein Zufall ist. Lass mich mit diesem Scheiß in Ruhe, ihr dämmischen Hippies. Das ist so witzig, der Typ. Hat einfach keinen Bock drauf gehabt. Aber ansonsten, das gibt es auch. Also manche Leute, glaube ich, ich würde nicht der Einzige sein, ich glaube, manche Leute haben dafür einfach keinen Platz in ihrem Leben. Die haben da kein Interesse dran. Die sagen, ganz ehrlich, ich will das hier 9 to 5 durchziehen und dann irgendwann vererbe ich meinen Kindern den Rest und gut ist. Aber ansonsten, jeder, der Interesse daran hat, mal zu sehen, was da noch ist, weil da ist natürlich auch logisch was in der ganzen Menge, der könnte das mal gemacht haben, insofern er nicht schon mit sich selber sehr viel in anderen Stimmen redet. Also 100 Prozent. Und du willst das jetzt wirklich so in Richtung Schamanismus, Neoschamanismus aufziehen? Das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil ich war gesetzlich, rein theoretisch. Ich mache das ja schon länger, ich bin sehr viel, lange schon auch ehrlich gesagt. Aber halt nicht plakativisch, aber vor allem, wie gesagt, für Performer, vor allem, wie gesagt, Unternehmer, Celebrities und so weiter und so fort. Aber es muss immer eine Substanz dabei sein. Ich mache es halt auch so, weil es muss, wie gesagt, nicht immer eine Substanz dabei sein. Theoretisch mache ich das. Man weiß ja nicht, wie das läuft. Es gibt Länder, das ist dekriminalisiert. Ich mache es ja nicht nur im Inland. Ich mache es ja vielleicht gar nicht im Inland, keine Ahnung, no Dings. Das ist ja, wie gesagt, noch ein Graustufenthema. Aber sobald es ich warte darauf, bis die Menschen das checken. Und es ist unausweichlich. Es ist unausweichlich. Es wird immer mehr. Es ist unausweichlich. Es ist ja nur das Topic Psychedelika. Das Psychedelika ist ja eigentlich irrelevant. Es ist ja wie Kampfsport. Es geht nicht um Kampfsport, es geht um den Grund, warum wir Kampfsport gemacht haben. Es ist dasselbe X wie der Grund, warum wir Psychedelika genommen haben. Weil Kampfsport war irgendwann nicht mehr die Antwort auf alles. Mann-Frau-Dinger waren irgendwann nicht mehr die Antwort auf alles. Die Rolex war irgendwann nicht mehr die Antwort auf alles. Der erste Achter in Düsseldorf zu haben damals war irgendwann nicht mehr die Antwort auf alles. Und wenn du nach zehn Jahren darauf kommst, was ist jetzt die Antwort? Und die andere nach 40. Aber immer mehr Menschen denken sich jetzt, okay, was geht hier ab? Nehmen wir jetzt mal kollektives Erwachen. Und Corona hat da riesig in die Karten gespielt. Weil für viele Menschen ging es halt hart den Bach runter. Viele Menschen haben halt wirklich Rockbordem getroffen oder sind schnell reich geworden und suchen Wirklichkeit, Wahrheit. War das jetzt schon alles? Diese ganzen Titten, Ärsche, Autos, Rohle? Weil dieses niedrige Schwingungsfeld bleibt ja niedrig. Du hast dann vielleicht diese ganzen Machtattribute und positiven Sachen. Aber es bleibt dann negativ, weil du ziehst dann wieder Probleme an und denkst dir, ich muss jetzt immer bessere Uhren haben und mehr Geld haben. Irgendwann kommst du aus dem Hamsterrad nicht mehr raus, sagen wir mal. Oder irgendwann bleibt es immer gleich oder du denkst dir, war es das jetzt schon. Und diese Menschen suchen. Und die stoßen, ohne dass sie es merken, irgendwann auf Psychedelika. So, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Und diese Menschen brauchen Qualität. Diese Menschen brauchen wirklich Coaches und Therapeuten, die wirklich seit sehr vielen Jahren Erfahrung haben, wissen, was sie da tun und auch wirklich für die Praxis helfen können. Und ich habe nicht Psychedelika gefunden, Psychedelika hat irgendwie mich gefunden. weil meine Mittel halt irgendwann, also ich sage mal so, das, was ich am besten kann, was auch immer das bedeutet, meine energetische Wirkung auf Menschen, kann ich halt in der Sphäre am besten wirken lassen. Also ich habe noch, also wenn ich bei dem Weg über Kampfsport, über Coach oder Berater oder Videokurse x lange Zeit brauche, ich brauche bei einem Trip viel weniger Input, um einen maximalen Effekt zu haben. Und ich bleibe immer prägend für die Person und immer bleibt das eine Erfahrung, die ihr Leben ins Positive geprägt hat, die sie auch weitergeben. Also nicht indem sie mit jedem trippen, aber indem sie sagen, überall im Leben erkenne ich das wieder. Und dann machen sie sich vielleicht einmal im Jahr, einmal im Quartal alleine, mit mir bei Retreats oder was auch immer. Aber es gab immer ein Leben vor und nach Psychedelika. Wahrscheinlich für dich und mich ja auch. Und genauso wie es ein Leben gab, bevor du der Kämpfer warst oder nachdem du der Kämpfer warst, finde ich, gibt es jetzt durch Psychedelika den Weg, Menschen einen neuen Lebensabschnitt zu zeigen, eine neue Perspektive, damit die die Welt nicht so grau sehen und sehen, ey, es gibt Urvertrauen, es gibt Gott. Was ist Gott? Wie kannst du Gott erleben? Wo ist Gott im wahren Leben? Warum lohnt es sich nicht ins Böse zu gehen? Was ist jen? Was ist young? Was ist dunkel? Was ist hell? Was geht hier ab? So, es ist mehr als Geld und nur dieses ganze Spiel hier und es ist unausweichlich, dass ich da, ich will auch forschen irgendwie, jetzt nicht im Labor, aber ich mache auch sehr viele Forschungen, ehrlich gesagt, also ich will, wenn man das Forschung nennen kann, aber Studien dazu, Studien dazu, ob praktische, ob es jetzt, es gibt auch viele Psychiater und Psychologen, die das gemacht haben vor einigen Jahren, dass sie wirklich mehrere Leute in Gruppen aufstellen, dann ein kollektives Schwingungsfeld bilden, als Kontrastmittel ist dafür LSD halt hilfreich, weil bei Pilz, wie gesagt, kommst du nicht so ganz da rein, bei LSD ist das Fenster ein bisschen größer und dann siehst du halt einfach das Organ auf Schwingungsebene, also nicht dreidimensional, sondern ein bisschen multidimensionaler und dass die ganze Zeit die Energie, die immer da ist, dass du siehst halt die Schwingungen komplett so und dann siehst du halt auch wirklich, okay, so wie der denkt, kann ihn beeinflussen und wenn er ihn unruhig macht und du der Anführer des Liedmantels bist, des Organs, wird er die Unruhe irgendwann auf dich werfen. Die Unruhe, die du dann mit dir hast, die musst du dann irgendwann mal durchkippen oder durchwichsen oder durch was auch immer wieder, die Energie musst du dann weitergeben oder kompensieren und wie sehr der dich bedingt und du eigentlich der bist und der eigentlich du bist und diese ganzen Sachen, die da immer wieder, wie muss der sich wiederholen und erst dann fing ich an an meinem neuen Buch zu arbeiten, was jetzt noch lange dauert, bis das kommt, aber dadurch habe ich halt therapeutische Muster erkannt, dass wir alle eigentlich eins sind. Bei dem ist dann dieses, okay, mir ist alles zu viel, ich rufe meine Frau an. Bei dem ist das so, mir ist alles zu viel, ich rauche mir jetzt ein. Aber das X ist dasselbe die ganze Zeit, es ist zu viel beispielsweise und du siehst dann den Schwingungsinformationsbinärcode dahinter, den Informationsträger dahinter. Also wie gesagt, ab 300 Mikrofon LSD siehst du das, je nachdem wie weit, vielleicht auch weit ist, aber ob man das erkennen kann. Und das ist dann für mich so ein, ey krass, wirklich alle sind eins, wir sind alle eins und was er denkt oder macht oder tut, kann mich wirklich beeinflussen. Wortwörtlich kann das über mich übergehen. Es kann wirklich Einfluss auf mich nehmen. Und er merkt es, oder vielleicht hat er mich gar nicht gefragt. Also man sieht dann oft zum Beispiel auch, das ist für mich sehr interessant, ich habe dann wirklich, um bei neuen Menschen zu sehen, ob und wie ich den trauen kann, habe ich halt in der multidimensionalen Welt erst gesehen, was für Schwingungen die wir die ganze Zeit senden. Und das ist vielleicht die Sache mit, ey Bruder, was ist eigentlich damit? Eigentlich vielleicht eher so ein Problem zu mich rüberwerfen ist, wenn du weißt, was ich meine. So ein, ey der drückt die ganze Zeit bei mir auf den Knopf, dass mein Trauma darauf reagiert, dass ich immer Schuldgefühle habe. Und er ist dann so einer, ja aber was ist damit? Ja aber was ist damit? Und auf Schwingungsebene siehst du das und dann spürst du das auf einmal. Und wie gesagt, siehst du das dann vielleicht auch und denkst, ey warte mal, dieser Mensch, und wir beide denken, wir sind Freunde, aber eigentlich ist die Grundlage toxik, warum wir uns anziehen. Eine Abhängigkeit, ja. Eine Abhängigkeit, genau. die man da mit Liebe vielleicht verwechselt oder mit Freude oder was auch immer. Und dieses Kontrastmittel oder diese Erhebungsmöglichkeiten innerhalb von einem Tag, das gibt es so nicht. Du kennst manche Leute nach zehn Jahren nicht mal so. Es gibt ja in sehr vielen Kulturen auch dieses Beispiel, dass man sich getroffen hat, ich weiß nicht, ob es bei den Iranern war, ich glaube in den Iranern war das oder Japanern, keine Ahnung, dass du ein Meeting hast, du säufst mit denen und machst Party, vielleicht kennst du das Beispiel, und am nächsten Tag bist du nochmal nüchtern und ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber erst am nächsten Tag, der Deal steht erst am nächsten Tag, wenn du den nüchtern und besoffen erlebt hast. Und das in Millionen mal krasser kann jetzt herrschen, wenn Menschen gemeinsam in psychologischen Dimensionen waren, weil ich würde sagen, bei uns war das auch ähnlich, finde ich persönlich, wenn man mit jemandem einen Trip gemacht hat, ist man in kurzer Zeit sehr schnell verbunden, so ganz schnell verbunden, kennt sich, sehr tief, also ich habe die tiefsten Freundschaften meines Lebens, Bündnisse meines Lebens, würde ich sagen, seit ich Psychedelika nehme mit Menschen, die ich kürzer kenne als davor zehn Jahre Menschen. Und ich finde es auch interessant, wie oft es so ist, dass wenn du mit einem Menschen bist, mit dem du denkst, alles ist gut und du nimmst, bist mit dem auf Reise, sage ich jetzt mal, und du spürst dann etwas, was die ganze Zeit da war, was aber eigentlich nicht positiv ist und auf einmal dadurch ans Licht kommt. Und dann kannst du es abheilen oder wenigstens siehst du das und das diktiert dich die ganze Zeit im Alltag. Entweder willst du sehen oder nicht, aber schön, dass es überhaupt solche Mittel gibt für so wenig bis gar keine in Relation Nebenwirkungen. Also klar gibt es immer Probleme damit, aber ich kenne es ja auch diese Skala, wo man die Abhängigkeitspotenziale von den ganzen Substanzen zeigt und sieht, wie LSD und Pilz einfach ganz wenig ist. Wirklich drei, viermal weniger als Cannabis zum Beispiel. Cannabis ist eine Bitch, Bruder. Ja, genau. Das ist eine Bitch, aber eine geile Bitch. Aber du bist ja. Du bist eine richtige Bitch, Wann? Dopamin halt, ja, sehr gefährlich. Ja, das ist ein lustiger, also hast du auf einmal mit vielen Sachen, die du sagst, sehr, sehr recht. Ich finde es einen ziemlich krassen, ich finde es einen ziemlich krassen Einstieg da rein. Also ich finde es heftig. Ich würde da einfach nicht so weit rein wollen, weil das natürlich, wie gesagt, sehr, 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 sehr energetisch ist, sehr, sehr, sehr heftig ist. Auch schon extrem deslonieren, das heißt, du verlierst das sehr unreal. Ja, ja, auf jeden Fall. Unaprozentig. Aber natürlich dementsprechend auch sehr interessant, weil das natürlich irgendwie so ein bisschen das, wo das zusammenläuft. Von daher auch sehr krass. Es ist halt, es gibt sehr viele Studien, die Gott sei Dank zeigen, dass beispielsweise LSD die Neuroplastizität zum Beispiel unterstützt, also somit man theoretisch schlau mehr Gehirnaufbau, sage ich jetzt mal. Und dieses Toleranz ist ja zum Beispiel bei Pilz oder LSD, weil es ja sehr ist, wenn man zum Beispiel 5, 6 Gramm nimmt und dann kannst du nochmal 9 Gramm trocken nachnehmen, du bleibst vielleicht länger drin. Aber das Portal ist halt auf und das bleibt dann erstmal auf. Du kannst es vielleicht ein bisschen verlängern, aber es bleibt auf. Es ist nicht so wie mehr, 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 mehr und du guckst dich tot oder mehr, mehr, mehr und du trinkst dich tot. Geht auf und dann ist halt auf. Hast du das gesehen? Das ist halt so, wie es ist. Jetzt warte nochmal 10 Tage, 7 Tage und es wird jetzt nicht schöner. Irgendwann gehst du mit neuen Intentionen rein oder so. Man kann es nicht so leicht missbrauchen. Man kann es nur, das ist das überhaupt nicht. Man kann es halt nur, finde ich, das geht jetzt langsam los. Ich merke es ja auch. Also ich habe auch sehr viele, ich sage mal, jetzt anfangen wir zu sagen, ich mache Psychedelisch-Therapien, ich mache Psychedelisch-Therapien, die können das gar nicht. Also ich weiß nicht, wie gefährlich das ist, das zu machen, ehrlich gesagt. Auch da kannst du ja auch viel rumwuseln. Genau, bist du bereit dafür? Passiert ja auch gar nichts. Ganz oft passiert ja auch nichts. Ganz oft kannst du einfach nur einen Trip haben, aber das ist nicht die Message. Darum sage ich halt auch Etikett. Also ich will die Messlatte da auch hochlegen, weil das wirklich wie eine Sache ist, es gibt Levels. Es gibt Levels, finde ich, da. Es gibt wirklich Levels in dem Spiel, so wie es für Bufo oder DMT als Master gibt. Fängt zum Beispiel gerade dank der Renaissance mit LSD das endlich wieder an, dass seit 2002, 2003, 2005, glaube ich, jetzt endlich ihre Studien zugelassen wurden, weil das war, da hofft man, Albert Hoffmann hat das ja auch damals, wie den Sprung zu Atombomben im positiven Sinne verglichen, was LSD wirklich im positiven Sinne mit dem Gehirn macht. Das gab es so noch nie. Das 25. Molekül von LSD macht einfach so eine Wirkung, das 24. oder 26. hat nicht so eine Wirkung erzielt und einfach wie so ein Uhrenwerk, papp, das macht so eine Wirkung mit deinem Verstand, dass du wirklich hinter die Kulissen gucken kannst für so lange Zeit und dein Unterbewusstsein beträgt. Das ist ja wirklich keine Genusssubstanz. Das ist ja wirklich keine Genusssubstanz. Schön ist es nicht. Und dann wurde das durch die ganzen Sachen, die ja da mit Ram Dass und Timothy Leary und der Hippies-Geschichte so in die falsche Richtung gelenkt, dass es halt direkt Stufe 1 kam mit Cannabis. 19, ich weiß nicht, 5, 53 mit eigentlichem Zuge dessen, dass die Leute in Vietnam nicht vom Vietnamkrieg abgehalten werden, mäßig. War of Drugs oder wie das hieß. Dadurch war das weggesperrt. Für Albert Hoffmann war das so sein armes Sorgenkind und der Albert Hoffmann war wirklich ein Genie so. Der hat wirklich da, ich weiß nicht, wenn du die Videos kennst, er wird 88, 89, hängt ja noch vom Ding darunter, macht Ganzkörperübungen und den hat das ja wirklich, für ihn war das so wirklich, ey, das ist eine der krassesten Erfindungen der Menschheit eigentlich, so, wenn man es so sehen will. Wirklich eine der krassesten Erfindungen. Also es gab immer schon LSD, auch Amazonasgebiet und durch die ganzen Pflanzen kommt die aus dem Pilz. Aber dass man dann die Forschung kaputt ging und jetzt ungefähr nach seinem 100. Geburtstag ging die Forschung wieder los und jetzt gerade kommt Jahr für Jahr Bamstudie, Bamstudie, bald wird, irgendwann Pilze wird Mikrodosis und LSD, Pilze wird legal, dann wird LSD an der Kannte und LSD gibt halt wirklich, könnte der Schlüssel, ein Schlüssel dafür sein, dass die Klügsten, der Klügsten wirklich anfangen, die Wirklichkeit erforschen zu wollen und das hier mit rein zu integrieren. Aber es ist garantiert nicht jedermanns Sache und soll auch nicht. Das soll auch gar nicht jeder. MMA soll nicht jedermanns Sache sein. Weine soll auch nicht jedermanns Sache sein. Es soll schon eine Etikette haben, finde ich. Aber ich bin sehr gespannt, was du daraus machst. Das ist bestimmt... Wenn ich es überhaupt. Also es gibt ja einen Grund, warum ich es nicht so propagiere. Weißt du, du weißt halt nicht so. Ich wollte eigentlich, also wenn ich im Ausland sowas mache oder anstrebe, also es ist, ich weiß gar nicht, ob das, entweder wird das jetzt immer mehr die Richtung gehen oder nicht nach außen. Ich habe schon seit Monaten, man weiß es, die Kenner wissen es, aber es hängt halt davon ab, wie bereit die Leute sind. Aber es ist unausweichlich. Es ist unausweichlich. Ja, es ist unausweichlich. Ja, ja. Da bin ich mal gespannt, inwiefern. Es ist aber auch nur einer, um Gott zu Willen, nicht mehr im Kernbereich. Also absolut, bei weitem nicht. Ja, das sollte ja auch nicht dein Leben ausmachen. Das ist halt buchstäblich sehr weltfremd. Aber trotzdem dementsprechend interessant, weil es eben so weit weg von dem ist, dass man so... aber hier halt präsent ist. Es ist ja die ganze Zeit da und dann wird das kurz geöffnet, du siehst das, was dich diktiert, die Programme, die Stellvertreter, die Codes, das was sowieso da ist, darfst kurz einblicken in etwas, was du sonst nicht greifen kannst mit deinem Verstand. Dann hast du zwei, drei Stunden das Portal, dann kommst du langsam wieder zurück, dann will dein Verstand, das greifen geht aber nicht mehr, das kannst du nicht mehr greifen, ist vorbei. Aber es war da und du hast gesehen und du weißt bei allem, was du tust, du kannst dich selbst verarschen und den verarschen, aber die Schwingung bleibt. Und Karma wird dann voll real. Karma wird dann voll real. Das ist ja nicht mehr so ein Tattoo, was so eine hübsche Frau am Arsch hat, sondern wirklich real. Warum am Arsch jetzt? Ich wollte das sagen, Bruder, warum am Arsch? Ich finde mit dem Teil, damit können wir aufhören. Das ist der beste Abschluss. Ja, sind wir durch? Ja, okay. Ciao, schön, dass ihr da wart.